Rot und weiß tragen wir auf der Brust Am Geisburgheim leben wir mit Freude und Frust Denn auf meiner Hand tut er krass nur da Auch genauer sind wir immer da Im Ostseestadion In Kopenhagen klingelt's Telefon Denn wir sind trotzdem hier 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 Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den 1. FC Köln Der 1. FC Köln unterliegt dem Konstrukt aus Fuschel am See Mit 1 zu 3 in einem Spiel das leider leider relativ klar gezeigt hat Wer Ambitionen auf die Champions League hat Und wer aus der Relegationssaison gekommen ist Das muss man leider so klar sagen Aber ich denke das ist kein Weltuntergang Und ja das Spiel gibt trotzdem einigen Anlass für Diskussionen Und wenn nicht das Spiel dann einiges um das Spiel drum herum Deswegen werden wir heute wieder eine bunte Sendung für euch zusammenstellen Auch wenn wir gesagt haben Wir haben überhaupt keinen Bock über das besagte Konstrukt zu reden Deswegen werden wir die mit zwei, drei Sätzen abspeisen Und stattdessen gehen wir über unseren echten Verein Also ein echter Verein mit Vereinstruktur, mit Satzung Und der Möglichkeit dort Mitglied zu werden Und Tradition reden über den 1. FC Köln So und bei mir ist der Dosen-Treter von Hattingen Der Marco der Burpott-Tennis Moin Marco, grüß dich Guten Morgen, hi Oder guten Abend kann man ja schon fast sagen Ja, kann man Der etwas deplatziert Genau, du hast gesagt, ich soll dir ein echtes Twitter-Händeln nicht nennen Weil du Angst hast, dass die Leipzig-Trolle kommen Deswegen mit Burpott-Tennis Tatsächlich bis auf einen habe ich keinen abbekommen am Freitag Ja, können wir gleich noch vertiefen Ich war überrascht von mir selber und den Trollen Also vielleicht haben sie sich auch ein bisschen eingegroovt Ja, vielleicht auch, weil die gewonnen haben Vielleicht, wenn die verloren hätten, wären sie alle aus ihren Löchern gekommen Ja, ja Gut, und unser anderer Gast Ich weiß gar nicht, wie er zu dem Konstrukt steht Ich kann es mir jetzt mal vorstellen Aber er kann uns jetzt ja alles selber erzählen Bei uns ist unser Hörer, der Bastian Den ihr auf Twitter als Ad Bfermer kennt Und moin Bastian, grüße ich Ja, moin in die Runde, grüße und vielen Dank, dass ich dabei sein darf Ja, sehr gerne Hast du eine Meinung zu Fuschel am See? Ja, also ich sage mal, alle RB-Trolle gerne auf mein Account Ja, wir haben uns ja schon ein bisschen am Freitag im Stadion getrollt Ich saß ja mitten unter der Bagage Aha, okay Es war ja relativ leicht, Karten zu kriegen Ja, ich habe mich da ja vorher informiert Und wusste, um die Uhrzeit schalten sie die Karten frei Und war dann ganz schnell dabei Habe mir eine Karte besorgt Und hätte ich gar nicht machen müssen Da waren vier Tage, fünf Tage später Konntest du immer noch Karten kriegen Irgendwann stand es noch auf der Homepage Ab 22 Euro Ja, aber sie haben es irgendwie dann doch voll gekriegt Also zumindest stand das dann auf der Anzeigetafel So, ja Aber ein paar FC-Fans hatte ich auch vor mir in der Reihe Haben wir ein paar Selfies gemacht und so Aber alles noch in der Halbzeit Als es noch einigermaßen gut aussah Ah, super Dann warst du im Stadion Kannst du ja ein bisschen dann aus deinen Live-Eindrücken berichten Ja, ich fange auf einmal an mit der Frage aller Fragen Wie hat euch denn der Auftritt des 1. FC Köln gefallen? Ich habe tatsächlich mir viele Notizen gemacht während des Spiels Ich muss aber eines verabschieden Ich glaube, das ist so genau das Spiel Was uns auf den Boden zurückholen sollte Weil wir eben genau in diesem Spiel gesehen haben Dass wir kein Ich sage mal aktuell Kein Team der Top 5 Oder wahrscheinlich vielleicht Top 6 sind Das hat Gründe, wieso Leipzig da jetzt mittlerweile oben steht Die sind ja jetzt nach dem Spieltag Vierter Und das haben wir genau in diesem Spieltag gesehen Und gegen so Teams muss halt alles bei dir passen Beim Gegner vielleicht nicht Und Leipzig hat das auch tatsächlich gut gemacht Das muss man leider auch Ungern, wie ich das sage Muss man das einfach sagen Leipzig hat das spielerisch gut gemacht Und Die haben jetzt auch nicht den allerschlechtesten Kader Aber ich finde Wenn wir was aus diesem Spiel mitnehmen Dass wir eben genau Immer weiter nach vorne spielen müssen Und auch sollen Ich finde es eben genau richtig Dass eben nicht nach dem 2- oder 3-0 Baum Dann alles nach hinten wirft Wie unter anderen Trainern schon mal gesehen Sondern einfach weiter nach vorne Weiter an seine Chance glauben Und irgendwann kommt die halt auch Und ich finde auch gerade diese letzten Na ja, ich sage mal 10, 15 Minuten Ich finde ich haben Auch wenn Leipzig da vielleicht ein bisschen runtergeschaltet hat Aber haben wir das sicherlich gut gemacht Das sind Spiele, die kann man verlieren Wie die Gegentore 2 und 3 gefallen sind Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich Und ja In letzter Instanz war es Leider eine verdiente Niederlage Bastian, deckt sich das mit deinen Eindrücken Von live vor Ort? Ja, ein bisschen zwiespältig Muss ich sagen Also weil natürlich klar Das Ergebnis steht 1 zu 3 Und so nach dem Spiel wurde dann ja auch Von unserem Trainer ja auch gesagt Wo wir in den Statistiken überall gut lagen Und so Und das habe ich auch so ein bisschen gespürt Auf der Tribüne Ich muss sagen Was ich mir als erstes aufgeschrieben habe War Ballbesitzrekord Fragezeichen Also ich kann mich nicht erinnern Dass wir jemals in Leipzig gespielt haben Und so viel den Ball hatten Also es mag sich jetzt auch daran austun Dass Leipzig jetzt einen anderen Fußball spielt Als noch unter Nagelsmann Aber ich sage mal so Dafür, dass wir eigentlich auch keinen richtig guten Tag hatten dort Hätte es andere Spielzeiten gegeben Da hätten wir aber mal so richtig einen auf den Deckel gekriegt Und wo wir überall den Ball verloren haben Also wir haben ja Leipzig wirklich auch Zu Angriffen eigentlich eingeladen Und da muss ich dann ein bisschen widersprechen Leipzig war an dem Tag auch nicht gut Also was die für eine Qualität im Kader haben Und was wir denen für Für Positionen offen gelassen haben Also es ist ja das alte Spiel beim FC Wenn man eine schnelle Spielverlagerung auf die andere Seite macht Dann ist eigentlich Polen offen Und das hat Leipzig ganz schlecht ausgenutzt Also vielleicht zwei, dreimal Da hätten sie deutlich mehr Deutlich mehr offensive Aktionen haben können Also ich fand eigentlich beide nicht richtig gut Die erste Halbzeit war ja auch unfassbar Da war irgendwie ein nomineller Torschuss von Köln Das war Duda in den Rang irgendwo Wo es man beim Superbowl eher Punkte bekommt Als beim Fußball Und Leipzig einziger Torschuss Ja, das war der Freistoß Und der war dann drin Und das war die erste Halbzeit Und was ich mir noch aufgeschrieben habe Was ich ziemlich beeindruckend fand Also ich habe auch, ich muss mal sagen Jetzt durch Corona natürlich auch ziemlich lange Kein Live-Spiel mehr gesehen Die Abwehr hat mir richtig gut gefallen Also es hört sich so irgendwie komisch an Wenn man so 1-3 verliert Aber im Grunde genommen war das eine Eine, glaube ich, unfassbar wertvolle Trainingsstunde Für die Abwehr des FC Das Ganze da hinten spielt ja auch noch nicht so ewig zusammen Nach den Abgängen von Zichos und Meret Und wie, ich habe mir hier aufgeschrieben Hübers und Schmitz Was die alles in letzter Sekunde da abgelaufen Und zugelaufen haben Also da ging mehrfach ein Rauen durchs Publikum Wo man eigentlich schon dachte Ah, jetzt kommen sie durch Jetzt kommen sie durch Und wieder zugelaufen Und wieder zugelaufen Und auch in einer bemerkenswerten Ruhe Teilweise wie Schmitz als Außenverteidiger 1 gegen 2 Situationen gegen die Leipziger Offensive gespielt hat Wo mir echt das Herz in die Hose gerutscht ist Und er immer im richtigen Augenblick in den Ball reingelaufen ist Beziehungsweise in den Passweg Und das fand ich schon bemerkenswert Ich fand auch bemerkenswert Skiri Hat ja auch jetzt eine halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt bei uns Hat schon eine echte Aura, finde ich Wo er sich auch nochmal vor anderen Spielern absetzt Also der ist auch alle wichtigen Lücken zugelaufen Hat ja auch kurz vor dem Freistoß auf der Linie das 1 zu 0 verhindert Der war auch eigentlich überall da, wo es brannte Aber das Problem war halt, dass es ständig brannte Also ziemlich häufig, weil man halt im Mittelfeld Und das wäre halt die zweite Sache Die Offensive und alles, wo es nach vorne ging War halt echt schlecht Also da ging gar nichts Da kann man jetzt sagen, das hat Leipzig auch gut verteidigt Die haben genau die Wege verteidigt Die man gegen den FC verteidigen muss Die haben uns unserer Schwächen komplett beraubt Also es gab ja de facto gar kein Flügelspiel Viele sagen ja, was hat der Anderson wieder verbrochen Kam in der Offensive nicht zur Geltung Ich glaube, mit Modest wäre es auch nicht besser gelaufen Der hat Bälle an der Mittellinie bekommen Mit dem Rücken zur Abwehr Hat die sogar mit der Brust angenommen Wo andere den eher mit dem Kopf spielen würden Aber da war nichts Verwertbares dabei Im Gegenteil, man hat die manchmal sogar noch In irgendwelche Laufduelle auf die Außenbahn geschickt Was ja absolut nicht sein Spiel ist Also deswegen, ich fand es beeindruckend Die Abwehrleistung Sowas habe ich noch nie gesehen in Leipzig War jetzt ja ein paar Mal schon da Als wir in Leipzig gespielt haben Und da war eigentlich in den letzten Jahren Immer reinstellen und beten, dass nichts passiert Und das kann man dieses Mal überhaupt nicht sagen Also die Abwehr hat mir gut gefallen Und nach vorne, ja, da wurde es dann halt eigentlich Erst mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit besser Da hast du jetzt schon ganz viele Meine eigenen Talking Points vorweggenommen Mir ist auch aufgefallen Dass wir das defensiv gar nicht mal so schlecht gemacht haben Also wenn du siehst Leipzig kommt in 90 Minuten Auf einen Expected Goals-Wert von 0,89 Das ist nichts Das ist überhaupt kein Spiel Was drei Tore implizieren würde Ist halt nur Pech Dass du halt dann zweimal quasi das Tor des Jahres Gegen dich kriegst Also denn sowohl der Ja, leider sehr gut gestoßene Freistoß Von, getretene Freistoß von Kunku Als auch dieses totale Sonntags-Schön-Schuss-Tor Von Dani Olmo Von dem klar war, dass er sein erstes Saisontor Gegen uns machen würde Ich habe mich echt geärgert Nicht drauf gewettet zu haben Unterm Strich Leipzig hat das okay gemacht Uns immer wieder in so Pressing-Fallen reinzulocken Von wo aus denn ein Spieler von denen Vor allem Guardiol mit dem Gesicht Zum Spielfeld aufdrehen konnte Und dann halt diese Verlagerung spielen konnte Sodass dann ab und zu mal drei, vier Leipziger Frei aufs Tor zugelaufen sind Was sie dann auch teilweise nicht gut genug ausgespielt haben Für diese Qualitäten Aber das Paradoxe ist ja wirklich Dass die bei den beiden letzten Spielen Wo wir ja Punkte gegen die gewonnen haben Da hatten die ja Chancen um Chancen um Chancen Also da hatten die ja bestimmt 20 Schüsse aufs Tor nachher Haben keinen davon gemacht Jetzt hier in dem Spiel Haben die vier Schüsse aufs Tor Und machen drei Tore Das ist halt einfach Weiß nicht, ob das Tedesco ist Ob das Tedescos Handschrift ist Der ja auch in Schalke Schon eine ganz große Effizienz In diese Mannschaft reingebracht hat Also wir sind halt echt Mehr an der Leipziger Effizienz gescheitert Als an unseren Versagen Mehr will ich jetzt auch zu Leipzig gar nicht sagen Habe ja angekündigt Dass ich nicht über die groß reden möchte Aber ich finde Was du gerade zu Andersson gesagt hast Bastian Da können wir nochmal ein bisschen näher drauf schauen Denn da haben uns wirklich unzählige Hörerfragen und auch Hörerinnenfragen Zu erreicht Ich lese mal stellvertretend eine vor Aber die hat uns sinngemäß So in dem ähnlichen Wortlaut Ganz, ganz oft erreicht Und zwar Der Moritz Die Only Moritz Liebe Grüße Hat gefragt Wer ist Nee, stimmt Falsch Nochmal neu von vorne War oder ist der FC offensiv so schlecht Wegen Sebastian Oder war Andersson vor allem das letzte Glied In der schlecht funktionierenden Offensivformation Ja, also aus meiner Sicht Also der FC hat ja unter Baumgart Seinen Spielstil entwickelt Also man weiß, was sie können Und das machen wir ziemlich gut Und das ist halt viel Flankenballast Und hohe Bälle, Kopfball, Tor Das ist ziemlich viel Das ist natürlich auch ausrechenbar Aber es hat bislang ja ganz gut funktioniert Kann man jetzt über die Qualität der Gegner Dann auch vielleicht ein bisschen streiten Leipzig hat das alles wegverteidigt Da kam überhaupt nichts über die Flügel Ich weiß überhaupt nicht Ob es überhaupt Ich glaube eine Kopfballchance gab es von Andersson Das war aber auch so ein Ball Der war schon fast Hinter dem zweiten Pfosten im Aus verschwunden Also das war die einzige Chance mit dem Kopf Also wir hatten in Halbzeit eins Genau eine Flanke Genau Und es kam einfach keine Flanken Und das ist nun mal das Spiel von Andersson Also ich finde eigentlich Ich habe mir da auch Gedanken gemacht Warum das mit Andersson nicht funktioniert Also in dem Spiel hat es auf jeden Fall nicht funktioniert Ich habe ja schon gesagt Mit Modest glaube ich hätte es auch nicht funktioniert Weil in dem Spiel wir unserer Chancen Oder unserer Stärken beraubt wurden Ansonsten finde ich Nominell müsste Andersson eigentlich der perfekte Backup Hinter Modest sein Also wenn Modest nicht kann Lässt er Andersson spielen Hast du einen Der hat ja schon bei Union bewiesen Als man ihn gekauft hat Da hat er auch diesen klassischen Union-Spielstil gemacht Flanke, Kopfball, Tor Das kann der ja normalerweise Was er bei uns in der ersten Saison hatte War ständig verletzt Wenn er mal kam Ja so auf ein paar Treffer ist er gekommen Hat uns quasi den Arsch gerettet Da in Kiel Mit seinen Toren Aber war ja auch ständig verletzt Und nach der Saison hieß es Ja wird der überhaupt nochmal Kommt der zurück Oder ist der eigentlich Sportinvalide So Und ich glaube da steckt auch ein Stück weit da mit drin Es heißt jetzt ja immer Er ist fit Und ich glaube da tut der Verein natürlich jetzt auch Es wird jetzt nicht so doof sein Und zu sagen Naja Es ist bei ihm alles noch nicht so Weil der hat ja noch einen gewissen Marktwert Ich glaube der wird ja noch Vertrag haben Wenn man den im Sommerfeld nochmal verkaufen möchte Dann wird man jetzt ja nicht sagen Naja Den spritzen wir jedes Spiel fähig Und er kann sonst nicht Ansonsten wirkt er natürlich So im sonstigen Spiel Muss ich sagen Hat er manchmal so Hat er Laufwege Wo man denkt Er ist gerade ganz frisch in die Mannschaft gekommen Also da ist Von Abstimmung her Hat man an einigen Szenen gemerkt Ist er genau in die falsche Richtung gelaufen Oder hat den Ball so abgelegt Da stand gar keiner Also wirkt er manchmal schon wie ein Fremdkörper Aber er wurde halt auch in Zonen angespielt Wo ein Sebastian Andersson Überhaupt gar nicht seine Stärken entwickeln kann Marco was hast du für einen Jake zu Sebastian Ich glaube da ist Da hat der Basti gerade ganz viel Richtiges gesagt Ich glaube einfach Sebastian Andersson ist auch dazu nicht in der Form Die eben gerade so ein Anthony Modest hat Also ich meine Das ist ja auch ganz ganz viel Kopfsache Und ich habe immer so das Gefühl Dass Sebastian Andersson irgendwie Weiß ich nicht Vielleicht tue ich ihm damit jetzt auch Unrecht Aber wie so eine mentale Blockade hat Also erinnert ihr euch an dieses Tor gegen Gladbach Zum 3-1 Als er nicht gejubelt hat Also normalerweise Wenn du das 3-1 in einem Derby machst Warst du sogar das 4-1 Oder Ja genau Das war sogar das 4-1 Genau das war sogar das 4-1 Also wirklich in der letzten Minute Den Gegner tatsächlich komplett ausknipst Vor deiner Heimkurve Die voll besetzt ist Dann gehst du doch drei Schritte Gehst auf diese Kurve zu Zeigst hier bin ich Und der Ist ja fast in sich zusammengesunken Wie so Ach ja ich habe ein Tor gemacht Also vielleicht hat das was mit seinem Gemüt Als Schwede zu tun Aber ich weiß nicht Ob das andere Gründe hat Also irgendwie wirkt das nicht so Als ob er auch vielleicht Hundertprozentig an sich glaubt Also auch so Ich möchte ihn jetzt hier nicht Für die Niederlage verantwortlich machen Aber das wirkt nicht rund Was er spielt Also wenn allein Anthony Modest Besser anläuft Allein dieses Anlaufen des Gegners Ist tatsächlich Da liegen ja Welten zwischen Das wäre auch jetzt in der Tat Mein Take gewesen Du kannst als Stürmer von Leipzig Abgeschnitten werden von allen Bällen Das ist passiert Das wird dir öfter passieren In deinem Leben als Stürmer Wenn eine Mannschaft sich gut Auf das Baumgatsche System eingestellt hat Das ist aber keine Entschuldigung Und das gilt für Anderson Genauso wie für André Duda Das ist keine Entschuldigung Im Anlaufen Ja nicht mal zu sprinten Sondern so zu traben So mal hin zu traben Weil der Trainer sagt Ja ich muss ja verschieben Und ich muss rausschieben Und so Du kannst wenn An einem Tag wo nichts geht Kannst du immer zumindest Im Vollsprint anlaufen Das kann jeder Mensch Da musst du nicht mal Fußballer für sein Da kannst du auch Leichtathlet sein Kannst du auch sprinten Also da musst du nicht mal irgendwie In Form für sein Oder Ja großer Fußballer Oder Meister am Ball sein Oder so Einfach diesen Ehrgeiz zu haben Ich will den Ball hier irgendwie erobern Noch eine Fußspitze An den Ball kriegen Selbst wenn ich den Ball nicht erobere Geht er zumindest vielleicht Mit Seiten aus Und wir kriegen einen Einwurf Oder die werden im Aufbauspiel gehindert Oder so Das ist immer immer möglich Und inzwischen kaufe ich halt Modest diese Geilheit ab Die hat er auch nicht immer gehabt In seiner Zeit beim 1. FC Köln Auf Anlaufen Und auf den Wunsch Den Ball zu erobern Aber inzwischen finde ich Hat Modest da riesen Schritte gemacht Auch Marc Uth wird immer besser darin Auch wenn er da auch noch Luft nach oben hat Aber wenn du halt zwei vorne drin hast Nämlich Duda und Andersson Die beide Nicht den Eindruck erwecken Sie würden hier mit letztem Willen Versuchen wollen Den Ball zu erobern Dann klappt dieses Baumgart-Offensivspiel nicht mehr Thielmann hat es versucht Aber war ein bisschen unglücklich In seinen gesamten Aktionen Warum Flügel finde ich ihn eh nicht so gut Wie in diesem Zweiersturm Neben Modest Letzten Spieltag gegen Freiburg Also insofern War es da zum gebrauchter Tag Für die Offensive Aber ich finde Und da kann man jetzt auch mal Wieder eine Hörerfrage einbauen Das war ja offensichtlich Dass das mit dem Anlaufen Nicht funktioniert Kann man da nicht Als Baumgart auch mal sagen Ich reagiere vielleicht mal In der Halbzeitpause Und bringe da schon Den besten Anläufer meines Kaders Nämlich Dejan Jubicic Damit der das mal so ein bisschen So ein bisschen mehr Griffigkeit Da reinkriegt So ein bisschen mehr Geilheit auf das Erobern Des Balles Das war eine Hörerfrage Die uns erreicht hat Ich weiß leider gerade nicht mehr von wem Aber ob Baumgart nicht manchmal Auch ein bisschen spät Wechselt Nämlich erst beim Stand von 3 zu 0 Das war die Frage vom MC41 Ich habe es gerade gefunden Der fragt Und wieso Am Freitag hat nicht viel gepasst Wieso reagiert man erst nach dem 0-3 Wir hatten einige Totalausfälle Und die letzten Gegentore Nach dem Wechsel waren Wenn man nicht versucht Was zu ändern Mit Ansage Also was sagt ihr zu Baumgart Hätte der früher wechseln müssen Naja in die Pause Ist man ja nur mit einem 1-0 gegangen Aus einem Aus einem Traumfreistoß So Ansonsten waren die Werte Ja alle okay Also dass man da jetzt nicht unbedingt Sofort in der Pause wechselt Ist ja dann auch ein bisschen Also wo spielen wir Wir haben jetzt bei Leipzig gespielt Die haben die letzten Jahre Champions League gespielt Wenn man da zur Pause 0-1 zurückliegt Muss man ja nicht gleich so das Signal In die Mannschaft geben Das reicht mir nicht Jetzt kommen hier mal drei neue rein Also Die Tore sind dann ja relativ schnell gefallen Das 2-0 und 3-0 Und na klar Da Sagen wir Im Nachhinein ist man immer schlauer Da wäre es besser gewesen Man hätte du da schon In der Kabine gehabt Weil Gerade das Ich weiß gar nicht welches Tor war Das 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 2-0 Ne das Ne das war noch Das 3-0 Das 3-0 Das 3-0 Wo dieser Dieser Freistoß So 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 Rausverteidigt wird Und 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 du da so zum Kopfball hochsteigst Als Ob er in einem Zweikampf wäre Mit sich selbst Irgendwie Stimmt Der Ball so über seine Über seine Stirn gleitet Direkt in den Laufweg Von Nkunku Wo man denkt Ja da hast du Aber den richtigsten erwischt Jetzt den Ball Den da reinzulegen Und dann ist der so Ist der zwar Er ist jetzt nicht hinterhergetrabt Würde ich jetzt gar nicht mal sagen wollen Aber er ist so Mitgelaufen Als ob ihn das jetzt nicht weiter beschäftigt Was da passiert Weil Auf seiner Seite waren zwei offensive Leipziger Die sind da im Vollsprint durch Und wenn er einen von diesen beiden gegriffen hätte Und verteidigt hätte Dann hätte man dieses Tor vielleicht noch irgendwie verteidigen können Wir hatten In der ersten Halbzeit ist mir das einmal aufgefallen Da gab es schon mal irgendeine Aktion Duda ist ja auch immer gerne einer Der das Spieltempo so ein bisschen verschleppt Also gerade in dem Moment Wo man vielleicht mal schneller nach vorne spielen könnte Macht er nochmal einen Kringel um irgendeinen Spieler rum Und regt sich dann auf Wenn er von dem irgendwas auf den Hacken kriegt Und so war das in dem Fall auch Der Schiedsrichter hat nicht gefiffen Es ging weiter Und dann Dann sah man da Baumgart an der Seite Wie er so zum Duda so Brust raus Und von wegen Schulterzucken Spielst du jetzt noch mit? Hast du noch Lust? Willst du noch? So War so ein bisschen die Ansage Und das ist etwas Was ihm konkret In dem Spiel abgegangen ist Also er wollte das immer schön machen Ein schönes Päßchen durchstecken Aber diese Aggressivität Die man gegen Leipzig braucht Die hatte er nicht Und das hat man dann natürlich Dann in der zweiten Halbzeit gesehen Mit Lubicic und mit Uth Gerade Uth fand ich Hat eine ganz andere Ausstrahlung Auf dem Feld Sah man von hoch von der Tribüne Dass der eine Ausstrahlung hat Selbstverständlich den Ball zu nehmen Und auch mal den Ball so intelligent zu verteilen Dass es eine richtige Spielverlagerung gibt Die richtig Räume öffnet So beim Duda war in der ersten Halbzeit Eine Situation Da hat er den Ball so ähnlich bekommen Wie der Olmo vom 2-0 Entscheidet sich aber Statt in den freien Raum Mit dem Ball zu gehen Und dann vielleicht den Abschluss zu suchen Komplett mit dem Ball In die Abwehr In die gestaffelte Abwehr rein zu rennen Von RB Und mit einer falschen Ballberührung Eine falsche Entscheidung Und schon war die Chance wieder komplett tot Also er hat ein unglückliches Spiel Auf jeden Fall gemacht Ja, also ich finde mit Uth, Jubicic Und dann später auch Schindler War da ein ganz anderer Zug drin Nochmal am Ende Ich kann ja auch mich darauf berufen Das getwittert zu haben Ich hätte nämlich in der Halbzeit gewechselt Weil einfach offensichtlich war Dass dein Plan heute nicht aufgeht Also auch offensiv halt überhaupt Nichts von uns kam Da war ja kein Torschuss und nichts Ich hätte gewechselt Ich hätte mir mehr Präsenz im Mittelfeld gewünscht Und vor allem mehr Spieler Die pressing-resistent sind Und das waren in dem Moment Weder Sebastian Andersson Noch Duda an dem Tag Du hast die Gründe gerade ja schon genannt Bastian Deswegen hätte ich gewechselt Und wie gesagt Habe ich auch getwittert Also es ist jetzt nicht so ein Hindsight-Knowledge Sondern ich habe es schon in der Halbzeit geschrieben Überhaupt muss ich leider sagen Wenn ich mich trauen würde Kritik an Baumgart zu üben Ich weiß, es ist ja Majestätsbeleidigung in Köln Und ich habe Angst, dass der weiß, wo ich wohne Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig Aber wenn man was an ihn kritisieren soll Dann finde ich eh, dass er sehr spät wechselt Also er ist nicht so der Spieler Der Trainer, der so im Spiel Nach 45 Minuten sagt Okay, läuft heute nicht, ich ändere alles Kann man ja auch gut sehen Nämlich daran, dass er Vertrauen hat In die Spieler, die er aufgestellt hat Und nicht sofort sein ganzes System Über den Haufen werfen will Kann man auch positiv sehen also Aber Ja, ich denke Es gibt so Spiele, da hast du dich halt ein bisschen Bei der Aufstellung verzockt Kann passieren Passiert den besten Trainern der ganzen Welt Passiert Pep Guardiola in jedem Finale Also insofern nichts Ehrenrühriges Oder Jogi Löw in jedem Finale Also insofern nichts Ehrenrühriges Aber Ja, man kann es ja auch mal korrigieren Also du hast ja gesehen Dass die Einwechslungen echt was gebracht haben Und da würde ich mir wünschen Dass der ganze Staff Also er, aber auch Pavlak und Co Dass die vielleicht noch ein bisschen dynamischer Auf das Spielgeschehen reagieren Und ich glaube, da kann man Könnte man noch ein paar Prozente rauskitzeln Aus der Mannschaft Ja Ja, also Was ich auf jeden Fall Gesehen habe Leipzig Die stehen auch nicht zu Unrecht da Wo sie stehen Und das heißt Dass sie halt nicht Zweiter oder Dritter sind Weil da stimmt auch einiges In der Mannschaft noch nicht Also Wenn jetzt so Auch geschrieben wird Ja, das ist ja Champions League Und da sieht man Wo unsere Grenzen sind Ich glaube An dem Abend Hätten einige Bundesligisten Da was mitgenommen Weil Mit einer besseren Offensive Mit einem Vielleicht auch mit einem Anderen Spielstil Und vielleicht kommen wir da später Nochmal dazu Das ist halt ein bisschen Eindimensional in der Offensive Und wenn man Wenn man den Code geknackt hat Dann läuft da nichts Und es gibt halt auch keinen Komplett anderen Stürmertyp Mit dem man nochmal Die Defensive von Leipzig Vor Herausforderungen bringen könnte Dann war es das dann halt Und ein anderer Bundesligist Der vielleicht mehr Varianz im Sturm hat Der hätte da nochmal Was anderes probieren können Dann Du hast es ja schon Gesagt Dennis Das waren einfach mal Zwei absolute Traumtore Die schießt man auch Nicht jedes Wochenende so Und das 3-0 war halt das Was man Leipzig so Auf dem Silbertablett liefert Wenn man denen ein Tor schenken möchte Also sie zum Konter einladen So Also das Das ist dann halt auch Schwer zu verteidigen Und dann Dann verlierst du da halt So Aber ich glaube Es hätten ein paar Bundesligisten gegeben Die hätten da durchaus Was mitnehmen können Und das Ist ja auch für uns Ein gutes Zeichen Leipzig ist Uns noch nicht enteilt Nee Trotz allem Das hat mir auch der Werner Martin Doier geschrieben Trotz allem Muss man anerkennen Die sind individuell Besser als wir Das sieht man einfach An der individuellen Klasse Von Kunko und Olmo Dass die halt diese Schusschancen Da einfach so eiskalt Nutzen Muss man anerkennen Ist so Punkt Jetzt hast du aber das Thema Varianz im Sturm Angesprochen Blasian Und da hat uns Also da haben wir bestimmt 10 verschiedene Einsendungen zu bekommen Und ganz viele Menschen Fordern jetzt Stellvertretend Lese ich mal die Nachricht Von Tim Meyer hier vor Sollte Lämperle Häufiger eingesetzt werden Beziehungsweise von Anfang an Neben Modest spielen Oder braucht er Wie Baumgart sagt Noch seine Zeit Marco Was meinst du Sollen wir Lämperle Mal reinschmeißen Das kalte Wasser Vielleicht schon gegen die Eintracht Die Frage ist halt In welcher Konstellation Lämperle und Modest Kann ich mir vorstellen Lämperle Also Thielmann und Modest Kann ich mir vorstellen Ich glaube Es steht und fällt damit Wie Willst du aufstellen Ist das ein Alleiniger Stürmer Weil da sehe ich Tim Lämperle Nicht Da Wobei Na ja Kopfballstark ist er Jetzt nicht Also ich meine Er hat am nächsten Tag Das einzige Tor Per Kopf gemacht Also deswegen Das war nicht zufällig Das war schon Ja ja Das war schon gut gemacht Und 1,87 groß Ja 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 aber Ja Ganz ehrlich Schlechter als Sebastian Andersson Kann das Unmöglich machen Also Demnach Halte ich das Tatsächlich für Machbar Und ja Ja Einfach mal ausprobieren Also ich Weiß auch nicht Wieso man Da Sebastian Andersson Gefühlt immer wieder Vielleicht Versucht man so ein bisschen So das Aus ihm rauszukitzeln Ich sehe es aktuell nicht Also ich Möchte ihm da auch Gar nichts Böses Dem Sebastian Andersson Aber Das reicht in meinen Augen Nicht unbedingt Für Für aktuell Unsere erste Elf Eigentlich Ja Ich denke Er wird immer wieder Aufgestellt Weil er halt Für den Gegner Zumindest ein realistisches Gefahrenmoment Bei Flanken Seien könnte Das haben ja alle Eben noch Diese Eintracht Quatsch Union Berlin Saison Vor Augen Deshalb glaube ich Wenn der auf dem Platz steht Lässt du da immer Einen Innenverteidiger In der Nähe Bei ihm Ist halt Trotzdem egal Wenn der Typ Körperlos spielt Also dann Ist das wurscht Ob da einer steht Oder nicht Weil der versprüht Gerade einfach Keine Torgefahr Er hat ja diese eine Chance mit dem Fuß Da noch Wo er sich selber So halb anschießt Und der Ball dann Rechts am Tor Vorbeigeht Aus seiner Sicht Ja Das war aber auch Schon so ziemlich alles Und gerade Gegen Eintracht Hast du jetzt Eine Abwehr Die Sagen wir mal Im Moment Recht fehleranfällig ist Aber wahrscheinlich Am ehesten Sogar noch Eine Lufthoheit Herstellen kann Also Die Defensive der Eintracht Um Martin Hinteregger Die sind natürlich Schon Alles so Ziemliche Bullen Deswegen weiß ich Nicht Ob ich Gegen die Jetzt Halt wieder anders Und in der Jetzigen Form Stellen Wollen Würde Vielleicht macht es Echt Sinn Wenn du mal Den etwas Schnelleren Wenn die Garen Tim Lemperl Inbringst Oder wieder Tim An den Zweiersturm Stellst Hängt aber Natürlich Alles davon Ab Was mit Anthony Modest Ist Der ist Ja Wie jetzt Rauskam Corona Positiv Tatsächlich Erneut Hat er schon Mal eine Gap Deine Infektion Und kann Sich erst Am Donnerstag Freitesten Das heißt Selbst wenn Er am Donnerstag Wieder Negativ Getestet Werden Mit so einem PCR Test Kann der Quasi nur Ins Abschlusstraining Einsteigen So Ja Und das ist Natürlich Ein Problem Weil ich auch Nicht genau Weiß Geht es dem Gut Ist der Gesund Und fit Und einfach nur Positiv Aber keine Symptome Dann kann er Sich ja fit Halten Oder ist der Auch ein bisschen Schlapp Ein bisschen Müde Ein bisschen Fiebrig Man kann Nicht groß Trainieren Also kommt auch Nicht Für das Spiel In Frage Das wissen Wir nicht Und davon Hängt halt Jene Menge Ab Ich denke Aber Insgesamt Ja Du musst ja Auch mal Den Leuten Für ihre Leistung Belohnen Du kannst Ja nicht Sagen Gib Andersson Jetzt Immer Einen Freifahrtschein Obwohl Der wirklich In jedem Spiel Wo er Anfang an Gespielt Hat Ja auch Im Pokal Gegen HSV Was ein Zweitligist Ist Einfach Nicht Überzeugt Hat Während Lämperle In Wie viele Minuten Zwei Tore Geschossen Hat In 20 Minuten Oder So Die Gespielt Hat Die Mehr Als Ein Tor Haben Die Beste Tor Pro Minuten Quote Haben Schätze Ich Einfach Mal Ich Weiß Es Nicht Ob Irgendwo Mal Doppelpack Gemacht Hat Nach Einwechslung Oder So Keine Ahnung Das Muss Bisschen Gute Gute Leistung Belohnen Bisschen Auf Den Nachwuchs Nachwuchs Setzen Und Darauf Vertrauen Dass Die Eintracht Auch Nicht Gerade Mit Der Breitesten Brust Kommt Und Sich Vielleicht Dann So Ein Überraschen Lässt Von So Move Den Oliver Glasner Vielleicht Nicht Vorher Sieht Und Das Hatten Wir Auch Schon Mal Gegen Die Eintracht Kann Ich Mich Erinnern Unter einem Anderen Trainer Hatten Wir Schon Mal So Move Junge Talente Reizubringen Wenn Keiner Damit Rechnet Hat So Jakobs Sein Bundesliga Tor Gegen Eintracht Apropos Eintracht Wir Haben Jetzt Ganz viel Über Sebastian Anderson Geredet Wir Haben Bastian Als Gast Und Jetzt Kommt Der Dritte Basti Wir Haben Eine Sprachnachricht Von Basti Red Zur Eintracht Mit einer Vorschau Über Den Kommenden Gegner Gerade War Keine Kosten Und Mühen Gescheut So ein Jet Set Leben Ich glaube Die nehmen Gerade Parallel 93 Live In Berlin Auf Also Liebe Grüße Dahin Und Trotz Allem Ist er Hier Der Mann Ist Einfach Überall Also Das Ist Ein Jet Set Leben Das Hätte Ich auch Gerne Also Basti Red Für Euch Mit Der Eintracht Gude Und Grüße Nach Köln Ehrlich Gesagt Habe Ich glaube Ich Gar Keinen Bock Zurecht zu Fahren Ihr seid Unter Baumgart Echt In Den Spirit Wieder Reingekommen Und Habt Zumindest Auf jeden Fall Immer Einstellung Auf dem Platz Und Die Eintracht Lässt Sich Leicht Davon Anstecken Ich Will Euch Gar Nicht Zu Viel Verraten Wie Ihr Die Eintracht Zu Bespielen Habt Aber Ich So Und Ich Glaub Tipico Sieht Das Auch So Dass Köln Hier Sogar Favorit Leicht Ist Weil Ihr Glaub Ich Momentan Ein Bisschen Besser Im Spirit Seid Ihr Habt Zumindest Besser In Leipzig verloren Als Wir Zuhause Gegen Wolfsburg Und Wie gesagt Die Eintracht Momentan In einer Merkwürdigen Phase Erinnert Ein Bisschen An Die Startphase Der Saison Genau dieselben Spiele Haben Es hat Gereicht Gegen Die Eintracht Der Offensiv Nicht Viel Einfällt Und Defensiv Regelmäßig Gepatzt Wird Ich Will Nicht Auch Eurem Podcast Noch Weiter Nerven Aber Die Eintracht Bräuchte Eigentlich einen Anthony Modest Und Stürmer Haben Wir Nicht Und Gegen Eine Massierte Abwehr Wie Wolfsburg Kommt Man Da Nicht Durch Ich Bin gespannt Wie Das gegen die Kölner Abwehr Funktioniert Ich Eigentlich Gehören Köln Und Frankfurt Im Europapokal Machen Uns Nichts Vor Wahrscheinlich Werden Es Am Ende Hoffenheim Und Freiburg Sein Und Wir Können Uns Weibend In den Armen Liegen Jetzt Sehe Ich Hier gerade Dass Max Kruse Im Sportstudio Ist Und Jetzt habe Ich gar Kein Bock mehr über irgendwas zu sprechen Ciao Ciao Danke Basti Red Ja Was erwartet ihr Für Spiel gegen gegen Eintracht Wird es Ein Aufreibendes Spiel Wie Basti Vorausgesagt hat Das Kann Sicherlich passieren Also Ich Sehe es Tatsächlich Ähnlich Wie der Basti Ich Auch Immer gedacht Ist die Eintracht So Sattelfest Und eben Genau Das Ist eben Nicht Also Da Patzen Ja Jetzt Reihenweise Hinter Egger und Co Also Die Die Ich Sag mal In der guten Zeit Die Eintracht So nach vorne Gehievt Die Aktuell Von Der Spielerischen Komponente So Viel Besser Ist Als Wir Und Da Wird Es Dann Nachher Auf Das Tagesgeschehen Einfach Ankommen Wie Kommt Welches Team In Spiel Und Wie Entwickelt Sich Das Spiel Aber Ich Sehe uns Da Mehr Als Also Ich Sehe uns Da Nicht Chancen Los Und Ich Sehe Tatsächlich sogar Gar Nicht So Schlechte Chancen Für Uns Das Spiel Zu Gewinnen Kostic Eigentlich Immer Noch Also Der Hat Doch Gefehlt Oder Der Ist Ja Eingewechselt Woren Am Ende Also Wird Ja Bestimmt Innerhalb Von Einer Woche Wieder Fit Werden Okay Ja Weil Eintracht Hängt Ja Auch Alles An Kostic Wie Bei Uns Ein Bisschen Das Auch Mit Modest Der Erfolg Zu Tun Hat Und Die Haben Ja Auch Ein 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 Spiel Spiel Prinzip Kostic Den Ball Geben Und Der Macht Schon Irgendwas Intelligentes Damit Also Von Daher Da Muss Man Sich Natürlich Schon Darauf Konzentrieren Den In Schach Zu Halten Ja Ansonsten Absolute Wundertüte Die Eintracht Die Saison Die Haben Auch Ein Problem Mit Mit Ihrem Sturm Da Haben Sie Keinen Der Auch Diese Kostic Flanken Auch So Super Verwertet Also Da Gibt Es Einige Könnte Das Safe Eine Europapokal Mannschaft Sein Aber Zurzeit Irgendwie Sehr 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 Schwierig Aus Ausrechenbar Und Ja Das Sind Jetzt Du Die Spiele Also Ich bin Ja Ich Gehör Zu Der Fraktion Der Fans An Die Nichts Dagegen Haben Wenn Wir Auch Uns In Dieser Saison Schon Für Den Europapokal Qualifizieren Und Nicht Jetzt Noch Zwei Jahre Warten Weil Wir Die Beständige Entwicklung Der Mannschaft Abwarten Wollen Denn Fußball Ist Ja Nicht BWL Und Wir Können Das Alles Vorstellen Wie Das In Zwei Jahren Läuft Sondern Man Muss Die Chancen Ergreifen Wenn Sie Kommen Und Ich Habe Auch Mit Leipzig Schon Gesagt Auch Die Fand Ich Nicht So Stark Und Das Bewegt Sich Alles So Im Zwei Drei Punkte Range Und Ja Das Jetzt Sind Die Entscheidenden Wochen Eine Rolle Spielen Und Da Wird Es Jetzt Entscheiden Wo Es Noch Hingeht Ob Das Sich Jetzt So Langsam Austrudelt Weil Ganz Ehrlich Nach Unten Sehe Keine Großen Probleme Mehr Weil Da Sammelt Ja Kaum Noch Jemand Punkte Im Nennenswerten Bereich Ja Und Ansonsten Muss Man Halt Gucken Ob Das Da Oben Jetzt Neben Bayern Dortmund Ob Das Dann Nur noch Die Plastik Vereine Da oben Den Europapokal Bevölkern Oder Zumindest Ein Verein Mit einer Ordentlichen Fanbase Und Warum Nicht Wir Ja Wenn Nicht Jetzt Wann Dann Die Chance Ist Die Saison Sehr groß Aber Ich Wollte Mal Ganz kurz Bei dem Eintracht Spiel Bleiben Die haben Natürlich So Die Sorte Offensive Die uns In der Vergangenheit Sehr Unangenehm gewesen Ist Also eher Kleine Wuselige Typen Mit Boré Lindström Kamada Und Dann Kommt Vielleicht Noch Hauge Oder Horge Für Einen Von Den Reihen Da Haben Aus der Vergangenheit Öfter Schwer Mit Getan Das Gute Finde Ich Aber Dass Ja Sowohl Hübers Als Auch Kilian Über Eine Gewisse Geschwindigkeit Verfügung Und Mit diesem Spieler Mithalten Können Und B Ja Gegen Leipzig Schon Mal Genau Diesen Spielertyp Bespielen Konnten Also Auch Olmo Nicht So Große Brecher So Wie Zum Beispiel Ein Wout Wekos Das Wäre Also Insofern Kann Ich Mir Gut Vorstellen Dass Hübers Und Kilian Das Auch Nicht Schlechter Machen Aber Natürlich Neigen Wir Ja Auch Dazu Gerne Bei Gegnern Gegentore Zu Schenken Das Ist Seit Fünf Jahren Ein Problem Egal Wer Hinten Rinnen Spiel Also Wie Ich Gar Nicht Als Vorwurf An Die Innen Innenverteidiger Formuliert Haben Ja Und Dann Ist Tatsächlich So Dass Wenn Die Einmal 1-0 Führt Da Die Eintracht Wird Schwer Weil Die Können Zumindest Dieses Giftige Spiel Auf den Platz Bringen Die Haben Mit So Und Jakic Zwei Total Robuste Und Ordentlich Zulangende Sechser Können Mit Ilsan Karin Rode Den Spielertyp Quasi Nochmal Auf den Platz Bringen Wenn Spitz Auf Knopf Steht Irgendwann Muss Ja Ein Hinteregger Aus Sein Leistungstief Da Raus Kommen Aber In Der Tat Stimme Auch Zu Ganz Viel Hängt Da An Der Personalie Kostic Genauso Wie Bei Uns An Der Personalie Antony Modest Wobei Ich Aber Auch Erwarte Dass Wenn Modest Jetzt Nicht Spielen Kann Dass Die Anderen Herren Gerade Die Erfahren Herren Also Duda Ud Kainz Und So Nur Sagen Ja Der Modi Macht Das Schon Also Auch Die Verdienen Gutes Geld Bei Uns Die sind Keine Neulinge Keine Jungspunde Wie Lämpere Oder Thielmann Auch Die Müssten Langsam Zeigen Dass Sie Vielleicht Auch Eine Vertragsverlängerung Anstreben Im Falle Von Florian Kainz Und Das Ja Würde Ich In Tore Umgemünzt Sehen Gegen Die Eintracht Es Wird Aber So Oder So Ein Spiel Wo es Ordentlich Zur Sache Geht Ich Kann Mir Vorstellen Dass Es Da Einige Gelbe Karten Auf Beiden Seiten Geben Wird Weil Es Ein Sehr Hitzige Spiel Dann Haben Wir Eintracht Gestellt Dass Mehr Fans Ins Stadion Gelassen Werden Sollen Wenn Dann Noch Die Hütte Ja Ich glaube Ganz Voll Wird Immer Noch Nicht sein Aber Vielleicht So 70 75 Prozent Gefühlt Oder Die Brauchtumsregel Gilt Dann Wird Da Noch Mal Mehr Emotionen Von Außen Reingetragen Also Es Wird Insgesamt Glaube Ich Schon Ordentlich Zur Sache Gehen In dem Spiel Ja Ich Glaube Tatsächlich Wir Liegen In Ausgangslage Wenn Man Sich Das Anguckt Die Tabelle Ich Hab Sie Offen Vom Platz 4 Leipzig Mit 34 Punkten Dann Hoffenheim 34 Freiburg 34 Union 34 Da Kommen Wir Mit 32 Mainz 31 Frankfurt 31 Ich Glaube So diese Platz 4 Bis 10 Werden Die Letzten 3 Oder 4 Spielplätze Für die Euro Conference League Und Champions League Quali machen Weil Platz 7 Kann Ja Gegebenenfalls Ausreichen Je nachdem Wer Den DFB Wobei dieses Jahr Gibt es Nicht Viele Kandidaten Die Da Gewinnen Könnten Leipzig Leipzig Punkt Leipzig und Hoffenheim Ist Hoffenheim nicht schon raus Ich glaube Freiburg ist noch drin Oder Aber Hoffenheim glaube ich nicht Keine Ahnung Ich weiß Was interessieren mich Pokal Wettbewerbern Die Ich nicht habe Freiburg spielt in Bochum Union Leipzig und Freiburg Union spielt zu Hause gegen St. Pauli Leipzig spielt auswärts in Hannover und Freiburg auswärts in Bochum Wo wir gesehen haben Auch das ist nicht so einfach Das stimmt Ja Ja Aber das ist tatsächlich Wir sind in der Ausgangslage die tatsächlich sehr sehr gut aus und der Bastian hatte das gerade auch schon gesagt Wir haben den Wahnsinns Vorteil dass wir nach unten uns ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt wahrscheinlich erstmal nicht mehr drum kümmern müssen denn wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Augsburg In noch 12 Spielen und da sind genug andere Teams also Bielefeld Hertha Gladbach Wolfsburg aber auch die Bochumer also da sind noch so viele Teams unter uns die erstmal auch uns vorbeiziehen müssen und ich sehe nicht dass Stuttgart jetzt die große Wende packt also deswegen auch wenn Fürth jetzt irgendwie Punkte sammelt aber die haben ja 13 Punkte also sorry wenn uns nachher eine Truppe wie Gräuter Fürth abfängt dann können wir sowieso hier den Laden dicht Ist das rechnerisch noch möglich überhaupt ja ja klar 20 19 Punkte 12 Spiele aber naja gut müssen sie jedes gewinnen ne ja ja also rechnerisch ist das schon möglich aber also wenn tatsächlich uns Gräuter Fürth einholt dann melden wir die erste Mannschaft ab und fangen in der Regionalliga neu an mit der zweiten Mannschaft aber das wird ja nicht passieren ich sehe unseren Abstieg nicht guck mal auf die Konstellation nächstes Spieltag nächster Spieltag wird einer sein wo sich da einiges neu sortiert du hast Bielefeld gegen Union du hast uns gegen die Eintracht und du hast den Freiburger SC in Augsburg das heißt so oder so wird entweder dieser Rift zwischen der oberen und der unteren Tabellenhälfte größer oder alles rückt noch viel enger zusammen Hoffenheim spielt noch gegen Wolfsburg kannst du auch noch mit reinnehmen weil da oben gegen unten quasi spielt Spieltag gegen Bochum ja genau also das entweder wird es richtig richtig eng oder du hast dann nach dem Spieltag so eine Truppe von fünf Mannschaften die um den Abstieg wirklich direkt oder gegen den Abstieg direkt spielen muss ich glaube halt wenn du gewinnst nächsten Spieltag gegen Frankfurt du weißt ja was die anderen vorher gemacht haben das ist ja schon mal eine Luxussituation die spielen ja alle vor dir weil die spielen in der Konferenz ja gut die sind mir egal in dem Moment aber die spielen ja alle Konferenz und wir spielen das Einzelspiel am Samstag ja und ich denke wenn du da gewinnst hast du richtige Aktien nach oben während wenn du verlierst ist Frankfurt an dir vorbei und ja also selbst wenn wir haben ja schon ein paar Mal gesagt ich bin total happy damit am Ende im Niemandsland zu landen im Niemandsland zu landen genau Hauptsache nicht mehr nach unten zittern müssen werden wir nicht weil wir werden unsere Punkte noch holen wir haben ja auch noch Mannschaften wie Fürth zum Beispiel und Bielefeld und Augsburg da kann man ja auch mal gewinnen Stuttgart und insofern ja wichtiges Spiel wenn man Ambitionen nach oben hat aber ich bin auch happy wenn wir dann den Punkt holen und am Ende halt irgendwie Richtung Klassenerhalt trudeln kann ich auch mitnehmen Ja so zwei Spiele in Folge haben wir in dieser Saison noch nie verloren also wir werden hier nicht irgendwie Werder Bremen 2 und irgendwie zehn Spiele am Stück verlieren und dann irgendwie dann doch noch absteigen das wird nie im Leben unter Steffen Baumgart passieren also es gab immer mal wieder eine Niederlage aber danach gab es dann immer eine Reaktion mindestens ein Unentschieden oder ein Sieg das erwarte ich jetzt auch also ich glaube Frankfurt kommt jetzt gerade in einer recht guten Phase also das sollte man einfach nutzen versuchen zumindest und ganz ehrlich wichtiger als wie die Saison ausgeht ist einfach was wir ganz am Anfang schon hatten einfach unseren Spielstil durchziehen egal wer da kommt einfach immer das spielen weil das hat man jetzt in Leipzig auch gesehen dann hatten wir eine schöne letzte halbe Stunde und man geht nie so ganz unzufrieden aus so einem Spiel raus egal ob man verliert oder nicht und die Wahrscheinlichkeiten das hat der Baumgart auch zum Anfang der Saison gesagt dass man in der letzten Saison hat man auch viele Spiele noch sehr glücklich gewonnen wir waren ja beim Thema Leipzig dabei letzte Saison mit den zwei Hektortoren unter Funkel wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte wäre man abgestiegen da wusste dann nachher überhaupt gar keiner wie man das Spiel gewonnen hat also das und wenn man jetzt nach vorne spielt diesen Baumgart-Fußball dann ja wird die Wahrscheinlichkeit einfach größer dass man verdient auch mal Spiele gewinnt und deswegen einfach den Spielstil beibehalten und schauen was dann runterfällt eine Niederlagenserie auf jeden Fall erwarte ich nicht die schlechte Nachricht ist dass Eintracht auch noch nie zwei Spiele in Folge verloren hat insofern wird es wahrscheinlich ein klassisches Unentschieden für die ganzen Wetthasen da draußen aber gut wir werden es sehen es wird sich einiges ergeben und ich hoffe einfach nur dass Modest gesund bleibt und sich dann nicht von Corona jetzt irgendwie aus der Saison nehmen lässt das wäre natürlich sehr schade auch für ihn persönlich also viel Gesundheit lieber Anthony Modest und dann hoffentlich kann er wieder mit tun am Wochenende selbst wenn er auf der Bank sitzt und dann ab der 70. eingewechselt wird das macht ja auch was bei der Eintracht wenn da in der 70. Modest kommt liebe Grüße an Stuttgart und es steht vielleicht 0-0 dann kriegen die auch Muffe da gehe ich mal von aus jo gut haben wir glaube ich auf das Spiel genug vorausgeschaut dann haben wir noch ein paar Hörerfragen bekommen die nicht direkt was mit dem den Spielen zu tun haben mit dem rein sportlichen aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben können wir die ja auch mal uns anschauen und zwar muss man ja sagen heute ist ein besonderes Datum wir nehmen am Sonntag auf und heute ist der 13.2. da weiß natürlich der geneigte FC-Fan und die geneigte FC-Fanin heute ist der Geburtstag des 1. FC Köln Jubel Hult Celebrate Good Times und Marco das Volk fordert ein Ständchen von dir zum Geburtstag des 1. FC Köln ich bin ja für meine Gesangskünste hinlänglich bekannt werde aber nicht singen nein ich werde ein kleines Stich für den FC singen Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday lieber Katastrophenverein Happy Birthday to you lieber FC alles alles liebe du hast mir so viel graue Haare beschert aber ohne dich wäre auch scheiße ja ohne dich wäre auch scheiße genau sogar noch scheißerer als mit dir so sieht es aus so ist das und was noch der Ruhrpott Hennens zum VfL Bochum ist doch quasi bei ihm um die Ecke ja ist tatsächlich bei mir um die Ecke gerade der Gölschel MacGyver ja also ich habe es in der Nachbarschaft erlebt dass mich irgendwann war am Samstag nicht im Fußballmodus ehrlicherweise weil wir haben Fighter gespielt und dann habe ich mir die die den Spielplan angeguckt und gedacht so jo alles klar ich mache am Samstag was mit meinen Kindern und hörte nur irgendwann wie mein Nachbar VfL Bochum Fan zweimal auf die Terrasse randet ja schrie ja ja denke ich mir so ja was ein Assi denkst du auch ja das habe ich auch schon öfters hier gemacht also lass ihn mal und habe dann irgendwann irgendwann in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt und geguckt dass es 4 zu 1 in den VfL Bochum stand ja ich bin halt so der ist aber der ist aber leise unterwegs also ich glaube wenn ich 4-1 gegen die Bayern führen würde würde das jeder in ganzartigen und wahrscheinlich auch angrenzenden Städten hören aber ja ich habe es nachher in der Zusammenfassung gesehen das passiert halt wenn so Gegner wie Bayern Dortmund Leipzig halt nicht alles auf den Platz bringen und man selber tatsächlich einen der Top-Tage erwischt und wie gesagt es freut mich für den VfL Bochum also ich habe lieber Bochum in der Liga als Augsburg oder boah Fürth oder naja gut Stuttgart wäre ärgerlich also Bielefeld könnte gerne noch mit Stuttgart tauschen dann wäre ich mit der Tabelle zufrieden aber lieber der VfL Bochum als oder gerne kann auch Augsburg da reinrutschen Ja gerne gerne gerade nach ihren Millionen Ausgaben da von Max Kruse bei dem man auch sagen muss der sah im Sportstudio ein kleines bisschen sag mal er ist dem McDonalds-Buffet nicht ganz abgeneigt habe ich so das Gefühl der hat der hat kein Slim-Fit-Trikot ja das kann man muss erinnern mich ein bisschen an Manische in der Spätphase der Karriere aber die Hose war der Knaller oder da habe ich echt gedacht verdient der in Wolfsburg nicht anständig dass er mal eine vernünftige Hose tragen kann ach das tragen die jungen Leute heute so das ist da müssen wir mit leben belüftete Knie wir sind ja hier der Nachnamen Zweitnamen-Podcast sag nicht Max Kruse hat einen peinlichen Zweitnamen ja natürlich Max Kruse heißt Max Bennet Kruse okay Max Bennet Kruse ach du scheiße das Kind heißt Lauro Maxim Kruse Lauro okay okay ja jedem das seine nicht darf man nicht mehr sagen haben wir schon mal gehabt das Thema egal wir haben weitere Hörerfragen also liebe Grüße Max Kruse achso ja bei Bochum wollte ich noch was zu sagen liebe Grüße Max Kruse ja schöne Grüße Max Kruse du fetter Schwabbel es reicht leider trotzdem irgendeinem FC am vorletzten Spieltag drei Tore einzuschenken das wissen wir jetzt schon also spar dir die Helme bis wir gegen die gespielt haben danach dürfen wir ihn dann beleidigen ja so ich wollte auch zu Bochum sagen ich habe dann beim Stand von ich glaube 3-1 eingeschaltet weil ich das dann doch sehen wollte was da los ist die haben das richtig gut gemacht also die haben da nicht irgendwie es gibt ja so Spiele wo du so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu zwei Toren gegen die Bayern kommst so ging es ja Gladbach zum Beispiel bei deren Sieg gegen die Bayern dass sie irgendwie selber nicht so genau wissen wie sie in der 2-0 Führung gegangen sind oder 2-1 in dem Fall bei Bochum war das alles ein ganz klarer Matchplan das war auch der überragenden Form von Gerrit Heutmann geschuldet der den Bayern noch sensationell so wirklich so ein bisschen Danny Olmo mäßig mit seinem schwachen Fuß allerdings mit rechts ins linke lange Eck schießt das muss er es mal schaffen mit dieser dieser Flugbahn ja und das ist natürlich herausragend gerade wenn du bedenkst dass die im Hinspiel noch 7-0 verloren haben gegen die Bayern da siehst du wie gut anscheinend Thomas Reis mit seiner Mannschaft arbeitet und wie gut er die nach vorne gebracht hat hast du ja im Spiel gegen uns schon gesehen wenn man da mal Hin- und Rückspiel miteinander vergleicht lagen da ja auch Welten dazwischen ja also mich freut auch wenn die die Klasse halten solange es nicht auf Kosten des 1. FC Köln ist sondern auf Kosten von Bielefeld oder Augsburg oder so ist mir das total recht wenn Bochum drin bleibt ja und herzlichen Glückwunsch an Ume Ecke von dir jo ja genau noch eine Frage die wird jetzt wieder so ein bisschen sportlicher Uth oder Duda sind gefühlt beide besser wenn sie von der Bank kommen Fakten Niles 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 heißt er was ist eure Meinung also ich habe sowieso da einen Favorit ich finde also ich persönlich kann Andre Dudan ich gucke dem nicht gerne beim Fußballspielen zu weil ich finde der Bastian hat vorhin ich glaube irgendwas gesagt in dem Spiel der nimmt sich den Ball und läuft auf die Abwehr zu das macht der immer der spielt immer zu spät ab immer du kannst da die Uhr nachstellen Duda bekommt den Ball Kopf nach unten und ab nach vorne ja wenn du aber da vier Leute vor dir stehen die eine andere Trikofarbe haben ist das ungünstig weil du jetzt auch nicht Lionel Messi bist um halt da das da dran vorbeizukommen also ich finde Andre Dudan das ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen da fehlt es manchmal so ein bisschen an an Qualität und ich finde es sehr sehr schade weil der hätte rein theoretisch glaube ich diese Qualität da mehr raus zu machen aber ja passiert leider zu selten ja Duda ist leider das slowakische Wort für unnützen Ballverlust tatsächlich das wissen viele glaube ich gar nicht aber es ist so und ja finde ich auch also Marc Uth hat nicht die Topform die er damals in der guten Gistol Phase hatte als wir da die acht Spiele gewonnen haben keine Frage also der hat auch der struggelt auch gerade auch glaube ich ein bisschen mit dem ganzen Baumgart System und ich finde man merkt auch immer wieder dass Baumgart kein Fan von Marc Uth ist einfach in seinem seinem Gesamt ansehen so aber trotz allem finde ich ihn besser griffiger und auch gefährlicher in Sachen Torabschluss für den Gegner wenn er spielt klar kann Marc Uth dich auch von der von der Bank aus bereichern aber ich glaube du hast zwei Optionen entweder du lässt beide raus also Duda und Uth und lässt dafür irgendwie so ein System mit Skiri Jubicic und Ötschern spielen oder du lässt halt Marc Uth spielen gerade wenn Modest nicht fit sein sollte dann brauchst du ja irgendeinen vorne drin der ein bisschen knipsen kann und das ist am ehesten noch Marc Uth dann für mich wenn Modi fehlt ja und dass er von der Bank ein bisschen besser ist hat man gegen Stuttgart schon gesehen im Pokal genau aber trotz allem der kann es ja auch von der Startelf weg so ist es ja nicht reicht halt vielleicht nicht immer für 90 Minuten bei ihm aber dann musst du in der 70. rausnehmen und kannst dann ja Duda bringen aber ich finde im Moment sogar tatsächlich rein vom Anlaufen her sogar Thomas Ostrack vor André Duda und das ist schon ja auch traurig für Duda aus Dudas Sicht Ja Duda denke ich immer du bist offensiverer Mittelfeldspieler du solltest halt ein Stresstest für die andere Abwehr sein und nicht für die eigene also wie der also da stand ich auf dem Stuhl was der bei das war das Heimspiel gegen Bayern dass der da im Mittelfeld da Bälle verloren hat und dann sind sie dann mit ihren mit ihren sechs ICEs auf die Abwehr zu und ich denke genau da darfst du den Ball nicht verlieren genau da nicht und das war halt jetzt beim letzten Auswärtsspiel genauso und das macht glaube ich Baumgart auch verrückt draußen also deswegen hatte ich ja die kleine Episode erzählt wo er ihm nochmal erzählt hat ob er jetzt noch mitspielen möchte weil da schaltet er dann halt zu schnell ab und das kann Baumgart halt überhaupt nicht gefallen wenn man da zumindest nicht kämpft und dem anderen auf die Socken auf den Socken steht also in vernünftiger Art und Weise und ja mit auf die Abwehr zu laufen statt den Raum zu suchen und ja also er sollte halt mehr Tore schießen oder vorbereiten als für Tore verantwortlich zu sein und das ist in den letzten Wochen ins Gegenteil leider gekippt bei ihm finde ich ja leider ist das so es gibt eine sehr hörenswerte Folge von dem Podcast vom Geistblog ich habe vergessen wie der heißt Geistpott oder irgendwie sowas das ist jetzt Konkurrenz und ich mache hier ungern Werbung für die Konkurrenz aber also Ehre wem Ehre gebührt ein sehr hörenswerter Podcast die letzte erschienene Folge da ist so ein Zahlen- und Datenmensch anwesend und der legt halt da wie wenig Impact André Duda auf das Spiel des 1. FC Köln hat und macht sich sogar indirekt dafür stark den zu verkaufen im Sommer auch weil der natürlich sehr viel Geld verdienen wird bei uns der hat noch so diesen letzten Horst-Held-Vertrag abgegriffen zusammen mit Sebastian Andersson und dafür dann lieber jemanden zu holen also da wurde genannt hier Patrick Wimmer heißt der glaube ich den Vornamen Patrick der von Bielefeld also nicht Haki Wimmer sondern Patrick Wimmer nicht verwechseln bei der FC-Scouting-Abteilung bitte ja und das wurde halt gesagt würde viel größeren Impact auf unser Spiel haben das ist generell eine sehr hörenswerte Folge weil da auch viel mit Zahlen, Daten, Fakten gearbeitet wird und nicht so mit Meinung und Gefühlen wie wir das hier manchmal tun hört die mal an und dann könnt ihr uns ja mal schreiben ob ihr auch André Duda verkaufen würdet oder nicht im Sommer ich würde im Moment sagen wenn da ein gutes Angebot kommt von irgendeinem weiß ich nicht Krasnodar oder so tschö also für das Gehalt ist mir das auch zu wenig und wenn du siehst dass Tim Lemperle genauso viele Tore hat wie André Duda und das dann mal in Spielzeit umrechnest was die beiden gespielt haben dann kannst du halt echt lieber Lemperle spielen lassen der macht es auch nicht schlechter und wenn der den Ball verliert ist das selbe Outcome als wenn wenn Duda den verliert wird sowieso spannend sein wie sich der Kader dann im Sommer gegebenenfalls verändern wird also ich glaube es laufen 15 Verträge die nächsten zwei Jahre aus also das wird sicherlich sehr sehr spannend werden wie auch ich glaube da ist der Einfluss von Steffen Baumgart auch schätze ich als sehr hoch an dass er sich dass er ganz genau sieht mit wem kann und will ich mein Spiel machen da siehst du allein schon wie sich die Abwehrsatz in der Ankunft verändert hat genau und deswegen ja also ich bin tatsächlich sehr gespannt kann auch bestimmt kolossal in die Hose gehen aktuell sehe ich es aber sehr sehr positiv weil also tatsächlich ich hätte nicht geglaubt dass wir nach dem Verlust von Meret und auch Tichos so selten über unsere Defensive also über unsere Innenverteidigung sprechen ja und wenn du sagst es kann in die Hose gehen stimmt kann es immer klar logischerweise nur solange du weiter damit machst ablösefreie recht junge Spieler zu holen ist es ja jetzt tut es zumindest finanziell nicht weh also klar Abstieg ist immer kacke das ist so richtig aber du hast damit ja zumindest nicht wie in der Vergangenheit auch noch Milliarden Millionen an Transferschulden gemacht die du irgendwie abarbeiten musst und irgendwelche Verträge von so Zichossen die halt mit 35 hier ihr Vertragsende feiern werden oder so das ist alleine schon deshalb positiver als in der Vergangenheit finde ich ja und der Baumgart Faktor einfach auch also wenn ich jetzt Profi woanders wäre wo ich irgendwie unzufrieden bin oder denke ich habe noch ein Potenzial was noch keiner erkannt hat man sieht doch der hat jetzt so viele Spiele besser so viele Spieler besser gemacht in dem guten halben Jahr wo er da war der ist ja recht anspruchslos gekommen er hat erstmal das genommen was da war hat gesagt die sind gut genug klar kann man jetzt wenn man böse ist kann man sagen der hat bislang Paderborn trainiert und natürlich ist das besser und auch aus seiner Sicht besser um die erste Liga zu halten und sicherlich war der FC in der Saison davor auch nicht so schlecht dass er Relegation hätte spielen müssen aber er hat das jetzt erstmal so genommen kam ja kaum Verstärkung und wie ihr es ja schon beide gesagt habt die Abwehr hat er als erstes angegriffen und verändert und ich finde halt wie ich jetzt beim Leipzig Spiel halt auch gesehen habe die Abwehr ist wirklich der Abwehrverbund gefällt mir richtig gut und das kann ich jetzt aus der Vergangenheit halt nicht sagen also allein wie auch gegen Leipzig auch im Pressing der Torwart gefordert war ständig den Ball zu einem Abwehrspieler oder zum Außen zu passen und also häufig ins Passspiel eingebunden wurde auch den Ball mal nach vorne geschlagen hat aber das war alles mit Sinn und Verstand da hatte man nicht da ist einem nicht das Herz in den Allerwertesten gerutscht weil der Torwart jetzt den Ball hat und jetzt zum Sichers spielen muss und dann oh Gott was passiert dann sondern da stehen jetzt einfach Leute hinten die können alle mit dem Ball auch umgehen und das ist erstmal schon mal ein guter Anfang und ich denke im Mittelfeld wird er jetzt in der nächsten Transferperiode ansetzen und wir hatten ja schon drüber gesprochen vielleicht auch noch ein bisschen den Sturmvariabler und man kann ja auch nicht ewig auf Modest bauen dass der jetzt jede Saison nochmal 15 Tore schießt ich denke mal hinten ist man gut aufgestellt und jetzt geht der Blick nach vorne definitiv da passt aber auch eine Hörerfrage zu wenn uns Skiri im Sommer verlässt wovon hier leider auszugehen ist seht ihr die Mannschaft dann mit Ötchan, Jubicic und Hektor den man hier dahin ziehen kann bestens aufgestellt oder muss man da vielleicht noch einen holen also ja ich sehe sie bestens aufgestellt wir brauchen dann natürlich noch einen der hinten also du musst idealerweise nicht nur zwei also wenn du mit einer Doppelsex spielst brauchst du mehr als zwei Sechser ich glaube der riesen Vorteil ist dass eben Ljubicic in diese Rolle jetzt hineinwachsen kann und Ötchan das ist im Prinzip so wie so ein wie sagt man Neudeutsch Training Training on the job also während du während du da arbeitest bekommst du deine Ausbildung und es ist doch das ist ein wahnsinns Vorteil das heißt du musst jetzt nicht wenn es Kiri gehen sollte wovon ich persönlich durchaus ausgehe da werden Angebote reinflattern und irgendwann wird der FC dann auch nicht mehr sagen können nee machen wir nicht dann hast du halt zwei Leute die A schon zusammengespielt haben die Rolle kennen den Verein kennen und das ist ein Wahnsinns Vorteil und dann kannst du ganz in Ruhe gucken wen du holst wen du brauchst und ich gehe auch davon aus dass der FC sich eventuell auch schon damit befassen wird also dass da ein Vorscouting stattfinden wird aber das ist natürlich schon das ist ein Wahnsinns Vorteil dass du diesen diesen Neuzugang nicht sofort reinwerfen musst sondern dass der erstmal ankommen kann und das ist ein Wahnsinns Vorteil zu den Vorjahren das gefühlt das ist ja so ein bisschen wie bei wie bei Tchichos du hast den Ersatz schon im eigenen Haus gehabt du hast ihn dann im Prinzip einmal aus der Schublade geholt dann kommen halt Hübers und Luca Kilian zusammen rein und das funktioniert und das ist ich glaube das ist halt ein unfassbarer Vorteil den wir in diesem Jahr haben und ja also da wird hier auch da werden auch ein paar Mark 50 uns zukommen wenn es Giri geht und wenn du dann sogar rein theoretisch noch irgendjemanden ablösefrei verpflichtest wäre das tatsächlich wie gesagt ich würde es ein bisschen traurig finden weil ich glaube ich habe seltenen defensiven Spieler defensiven Mittelfeldspieler gesehen von dieser Klasse beim FC aber dass so Spieler uns als durchlaufende Karriere sehen ist tatsächlich glaube ich eher die Ausnahme als die Regel die Regel als die Ausnahme so also tatsächlich haben wir glaube ich mit Jonas Hector nur einen Spieler der eben genau den Move gehabt hat bei uns zu bleiben obwohl wahrscheinlich andere Vereine angeklopft haben ansonsten ja und dafür war ja Skiri auch lange da bei uns die war jetzt ja nicht nur ein Jahr und dann weg also die Entschuldigung die Position sehe ich auch am unkritischsten gerade weil wir Hector auch noch in der Hinterhand haben und ich finde auch mit zunehmendem Alter muss man Hector auch mehr im Mittel also in der Mitte sehen weil das ist mir auch ein bisschen aufgefallen er macht natürlich viel über seine Klasse und über seinen ja einfach über seine Erfahrung wett was er im Tempo einfach nicht hat und beim Baumgart brauchst du halt auf den Flügeln Leute die die Linie rauf und runter rennen mit viel Tempo und die da vorne beim Pressing mithelfen und dann schnell wieder zurück rennen wenn der Gegenstoß irgendwie durchs Mittelfeld durchgekommen ist und da habe ich dann schon beim Hector gesehen dass da viel am Hinterherrennen war und halt nicht mehr so das Tempo mitbringt was man in dem Fußball auf dem Flügel braucht also glaube ich eher dass er dann eine Option wird mehr wieder in der Mitte zu spielen und man dann sich eher wieder auf der linken Seite Gedanken machen muss wen haben wir da dann noch neben Jannis Horn ich muss auch ehrlicherweise sagen ich würde gerne mal ein Spiel sehen vielleicht sogar jetzt gegen Eintracht mit deren physisch starken Sechsern wo Skiri und Jubicic zusammen die Doppel-Sechs bilden und Sully davor spielt ich kann mir das wirklich cool vorstellen in so Mittelfeld diese zwei Laufmaschinen da hinten die auch körperlich sehr robust sind groß sind und Kopfbälle im Mittelfeld holen können und so und davor halt diesen etwas kleineren kompakteren aber auch sehr kampfstarken Ringer Sully Otschan der den gegnerischen Zehner dann halt irgendwie in die in die Parade fährt könnte ich mir ganz cool vorstellen Baumgart scheint es andersrum zu sehen er hat jetzt ja auch gegen Leipzig Otschan auf die Tiefe sechs gestellt und Skiri auf die acht da hat auch der Coolidge der Ed Scissor Records so gefragt warum also der hat es nicht verstanden warum dieser Move kam meine These ist weil Skiri ja so viele Kilometer abläuft dass der natürlich immer diese Position entblößen würde die Sechser Position während Sully die ein bisschen mehr hält dann ist halt die Idee Sully hält die Position und Skiri spielt so den Abfangjäger drumherum quasi also Skiri ist so ein bisschen der der Flugzeugträger im ruhigen Wasser Sully ist ein bisschen der Flugzeugträger im ruhigen Wasser und Skiri spielt so den Kampfjet der drumherum fliegt und alle U-Boote abschießt die dann kommen würden ich hab grad das Boot gesehen deswegen fallen mir solche Analogien gerade ein für einen gewissen anderen Podcast kleiner Spoiler ja also das wird wohl der Grund sein aber wie gesagt ich würde auch gerne mal Skiri und Jubi Tic auf der Doppelsex sehen und Sully davor kann ich mir auch ganz gut vorstellen und dafür vielleicht mal eben nicht du da also dann Uth und Thielmann im Sturm davor wenn Modi nicht fit sein sollte wenn dann natürlich Modest ist ja klar könnte vielleicht gerade gegen die Eintracht ein sehr gutes Match sein ich weiß es natürlich nicht die Frage kam übrigens vom Master of the Cineverse ob wir uns sehr gut aufgestellt sehen also nochmal an dieser Stelle liebe Grüße und dann noch zwei Fragen dann haben wir es auch für heute geschafft Seite 12 möchte wissen wer gewinnt den Superbowl und wurde Rogers zu Recht MVP ja ja bei der Fachkompetenz kann ich sagen ja kannst du auch erklären oder bleibst bei dem ja ja ich glaube es wird in die Overtime gehen und dann werden sie den Cointoss gewinnen und ja das ist ich bin kein ich bin absolut kein Football-Expert ich habe tatsächlich ich war etwas schockiert ich habe irgendwann letztes Mal mit einem Kumpel Superbowl geguckt und dann hieß es dann ja jetzt Overtime und das Team das diesen Cointoss den Münzwurf gewinnt hat das Angriffsrecht und die Mannschaft die zuerst einen Touchdown erzielt gewinnt das Spiel und diese Regel hat mich ja also das ist so als wenn du sagen würdest yo pass auf wir machen Elfmeterschießen aber jeder jedes also das erste der erste darf einfach mehr schießen jeder das erste Team das das erste Tor schießt hat gewonnen ja aber ich schieße als zweite ich habe Pech gehabt ja okay alles klar also er hat mich tatsächlich arg verwundert aber ich habe tatsächlich in dem Sport keine Kompetenzen ist mir auch also tatsächlich dauert mir das Spiel auch zu lange diesen ewig Unterbrechung und dann Flaggen werfen und dann ach also das ist das einzige was die tatsächlich besser drauf haben ist die Kommunikation des des Schiedsrichters weil es ja da tatsächlich so ist dass die ein Mikrofon haben und ihre Entscheidungen begründen das wünsche ich mir tatsächlich auch für's für den Fußball weil tatsächlich wenn das beim Eishockey geht beim Football geht beim Hockey selbst beim fucking Hockey geht das mittlerweile also dann muss der Fußball das auch leisten können und selbst wenn nicht der Schiedsrichter ist begründet sondern ein der vierte offizielle würde es mir reichen also dann kann der nicht daran scheitern also nochmal es gibt ja einen vierten offiziellen der da unten am Spielvertran sitzt und die sich ja auch miteinander kommunizieren da kann doch der vierte offiziell das dementsprechend begründen hab ich das mitgekriegt bei dem Spiel von Freiburg gegen Mainz dass die vergessen haben auf Abseits zu checken der VAR ja also Freiburg nach unserem Spiel gab es ja schon so eine schrittige Situation die Scherfuhr jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen Empathie Scherfuhr du bist dieser Verein und die vergessen bei dir auf Abseits zu checken und deswegen kriegst du ein Tor was Abseits war nach VAR Check gegen dich das kann doch nicht sein der hat einen Job der scheiß VAR der hat eigentlich nur so eine Strichliste die er packen muss das erste bei so einem Tor ist doch Abseits ja also das war wohl alles ein bisschen komplexer als ich jetzt gerade dargestellt habe das war irgendwie so die haben auf irgendwas anderes gecheckt so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht mehr was sie da gecheckt haben aber haben darüber halt nicht dran gedacht zu checken weil den Ball zwischendurch mal der Torwart berührt hat von denen aber trotzdem war es halt kein wie nennt man das Deliberate Play oder so und deshalb war es Abseits nicht aufgehoben hier der DFB Schiedsrichter Account twittert folgendes nach dem Kopfball des Mainz Spielers Dominic Khor ist der SC Freiburg Torwart Marc Flecken zwischenzeitlich am Ball da es sich dabei jedoch um eine Torveränderungsoption des Torwarts handelt bleibt die ursprüngliche Abseitsposition des Mainzer Spielers Hack eine strafbare beim Check des Tores wurde der Schwerpunkt ausführlich auf ein mögliches Foul sowie Handspiel gelegt Beide Vergehen lagen nicht vor weswegen der VAR nicht intervenierte Die strafbare Abseitsstellung des Mainzer Spieler Sack wurde beim Check nicht geprüft Das wird dir in Zukunft glaube ich auch noch entfallen Wenn ich das richtig gelesen habe oder gehört habe dass bei diesem Weltpokal was da gerade in Saudi-Arabien mit Chelsea und so stattfindet da haben die jetzt schon so ein automatisiertes Abseits Ding am Laufen also so ein bisschen wie das Hawkeye beim Tor dass das quasi die ganze Zeit durchläuft in allen Situationen wird auf Abseits automatisiert schon geprüft und dann wird das dem VAR immer sofort kommuniziert also droht wahrscheinlich auch in einem Jahr in der Bundesliga Wobei ich gar nicht ganz genau weiß wie das genau gehen soll Müssen dann die Spieler Chips im Schuh haben Muss doch wenn der Schuh sein geht um die Fußspitze eigentlich meistens Aber geht es um die Fußspitze es geht um das Körperteil was ein Tor erzielen kannst oder geht das rein über so Laser Linien quasi dass sie so Live 3D Modelle erstellen von jeder Situation Schwese weiß ich auch nicht also alles was ich sagen würde wäre falsch also tatsächlich bin ich da sehr gespannt also was was da wozu kommt ja same hier ja und dann haben wir noch ein größeres Thema für die letzte Fragerunde hier zwar hat auch noch ein Hörer gefragt oder weiß ich nicht wie wir denn zum Thema Playoffs stehen würden bisschen Kontext die neue Vorsitzende der DFL eine Dame namens Donata Hopfen würde ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde hat das anscheinend in den Raum geworfen hat also gesagt dass sie keine Denkverbote haben und sie können sich vorstellen dass zum Beispiel der Supercup in Saudi-Arabien oder sonst wo ausgetragen wird und dass eben auch so Playoffs es geben könnte die dann vermutlich auch irgendwo in China oder so ausgespielt werden keine Ahnung und hat eben gesagt sie war für alles offen was natürlich für eine riesengroße Diskussion in den gängigen Fußball Bubbles geführt hat und diese Diskussion wollen wir uns auch nicht verschließen und ja habt ihr eine Meinung zur Frage Playoffs ja oder nein also tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär ich möchte auch gerne Hopfen heiß mit Nachnamen dann kriegst du überall immer Hopfen ja ja also tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär das Interview hat mich tatsächlich sehr zum Schmunzeln gebracht weil sie sagt in einem Atemzug wir müssen näher an die Fans wir haben während Corona gemerkt dass die Fans für uns wichtig sind und sagt dann sprich dann von Playoffs und Supercup in Saudi-Arabien und was auch immer ich glaube einfach dass die kommt ja nicht aus dem Fußball die kommt nicht von irgendwelchen die hat keine Verbindung zum Fußball die kommt von extern die war bei der Bild was schlimm genug ist also haben wir beim FC ja auch Erfahrungen gemacht mit so Leuten liebe Grüße an der Stelle an wie hieß er nochmal Esser Fritz Esser genau Fritz Esser aber das macht mich tatsächlich sogar sprachlos wie man wie man sowas in einen Topf werfen kann also es gibt ja durchaus Ligen die so einen Playoff-Modus haben das sind die ich glaube die belgische Liga oder holländische Liga und ist Österreich haben die nicht auch irgendwie so einen Modus den keiner checkt also nochmal wir sprechen von Ligen die eher so in der europäischen zweiten Klasse sind ich glaube du meinst Schweiz oder oder Schweiz ja aber Österreich haben die nicht auch dass dann irgendwie die Liga geteilt wird in eine Meisterrunde in eine Abstiegsrunde oder ja stimmt es ist für mich tatsächlich arg befremdlich wenn bei der Bundesliga von Playoffs gesprochen wird weil ich frage mich dann immer wie wollen die da durchsetzen die letzten acht Playoffs spielen also ja also ich kann dem nichts abgewinnen ich finde dafür haben wir halt also wenn es um Einzelspiele geht und Ausscheidungsspiele geht da haben wir eine sollte man vielleicht Donata Hopfen auch mal erklären dass es da im deutschen Fußball ein ein Konstrukt gibt das nennt sich DFB Pokal das sind halt diese Duoday Spiele die sie halt da gerne sehen möchte ich kann mir vorstellen was es geht da geht es um Einschlagquote also du willst einfach diese Bundesliga ein bisschen mehr melken neben deinen 34 Spielen die du sonst noch hast willst du dann halt noch Playoffspiele machen weil auch das ist eine Entwicklung die man dann wahrscheinlich so sieht ja den Superbowl gucken mehr Menschen wahrscheinlich in Deutschland als sonst Football ja gucken aber es guckt doch jetzt wahrscheinlich nicht weil der Superbowl einmal im Jahr kommt und das ein Neger Event ist da gucken vielleicht danach ein paar mehr Football aber wenn ansonsten ich Football langweilig finde dann gucke ich auch kein Superbowl und gucke mir dann auch nicht eine ganze Saison an weil es geht ja der DFL sollte es nicht um dieses eine Kick Event gehen sondern um den Unterbau also die 34 plus X Spiele weil wenn diese 34 plus X Spiele keinen Fan mehr interessieren dann wird es dir nichts bringen wenn du da irgendwelche scheiß Playoffs einführst also das ist so ein ja das ist halt typisch das ist halt typisch DFL also das ist ja nicht mal DFB sondern tatsächlich die und es macht mich tatsächlich betroffen dass die Fußballvereine also die Vereine der ersten und zweiten Liga die ja im Prinzip die DFL ist ja nichts anderes als eine Vereinigung dieser Profivereine da so eine Person auswählen das macht mich tatsächlich betroffen ja ich habe ja schon bei Seifert immer gedacht ach du Jemine ich habe tatsächlich irgendwie nachgedacht man wünscht sich sogar mittlerweile fast Christian Seifert zurück ja ich muss auch zugeben ich habe überhaupt nicht viel von dieser Personalie mitbekommen bis sie immer mal auf der Tribüne saß bei irgendeinem Bundesligaspiel Bayern gegen Gladbach war das glaube ich da saß sie dann so ganz dick in so einen Schal eingemummelt Mütze auf natürlich eine FFP2-Maske natürlicherweise logisch ist ja klar und hat sich ja keinen Millimeter bewegt während des ganzen Spiels also nicht mal so Freundlichkeitsapplaus und da habe ich mir gesagt wer ist denn die Frau warum zeigen die die immer so groß im Bild ist das irgendwie die Frau von irgendeinem Trainer oder so wird ja keine Spielerfrau sein schätze ich einfach mal dann habe ich ein bisschen gegoogelt und herausgefunden das ist die neue DFL-Präsidentin okay und dann habe ich erstmal gegoogelt was hat die so gemacht und dann kam als allererster Treffer 15 Jahre Axel Springer 15 Jahre und ich finde damit bist du für jedes irgendwie ihren amtlichen Amt was die DFL ja durchaus sein mag verbrannt also ich finde wenn du dich für den Springer-Konzern entscheidest 15 Jahre lang was dann nicht mehr eine Jugendsünde sein kann bei 15 Jahren dann bist du danach nicht mehr für ein gesellschaftliches Amt tragbar die DFL ist aber kein gesellschaftliches Amt die kriegt da richtig Knete für glaubt man mal das ist ja nicht wie der DFB-Präsident der den Amateurfußball vertritt nein das meine ich jetzt nicht da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt aber sie ist überhaupt für kein öffentliches Amt außerhalb der Bild-Zeitung in Erwägung zu ziehen von irgendwem niemand sollte jemanden anstellen der 15 Jahre bei Springer gearbeitet hat außer das war Günter Wallraff der da undercover gearbeitet hat aber nicht jemand der diese Konzernlinie von Springer mitgetragen hat 15 Jahre lang da kannst du vielleicht noch FDP-Generalsekretärin werden und ich sehe hier auch ganz viele Bilder von ihr mit Christian Lindner also das ist genauso dieser Speech den sie da auch drauf hat dieser Lindner Speech wenn sie da von von Playoffs redet ich kann euch jetzt schon sagen das war auch ein Doppelpass da war irgendein Fan Beauftragter irgendwie so ein Verein aller Fanclubs der 1. und 2. und 3. Liga der war zugeschaltet der hieß sogar witzigerweise Thomas Kessen obwohl ja auch Thomas Kessler da saß und der hat schon gesagt ja jetzt wo die im Amt ist hat zuallererst mal die Kommunikation mit den Fans gelitten und das hat kein Wunder die DFL das ist ja der Verein oder das Gremium was die Entscheidung trifft zum Beispiel wieso Spiele angesetzt werden und so und ich kann mir einfach nicht vorstellen wie diese Dame mit der Vita und den Aussagen die sie jetzt schon getroffen hat sich einen feuchten Fick um irgendwelche Fanblange scheren will ich hab das Gefühl dass das jetzt war schon mal so den Fuß ins Wasser halten so der erste Vorstoß natürlich auch in der Bild-Zeitung das kommt ja auch noch hinzu dieses Interview war jetzt ja nicht in irgendeinem DFL-Medium oder beim Spiegel oder sowas das war bei der Bild-Zeitung bei ihren alten Redaktions-Buddies da und das ist natürlich niemand vorher hat über Playoffs geredet niemand niemand das hat die nur reingeworfen um die Idee in die Köpfe der Leute zu bringen jetzt werden also Vor- und Nachteile diskutiert aber die Idee ist jetzt im Raum dieser Elefant wurde in den Raum reingestellt und jetzt muss es halt diskutiert werden und damit findest du automatisch jetzt ja auch Pro-Stimmen weil ja bei solchen kontroversen Diskussionen immer auch Leute zu Wort kommen die dafür sind und dann hast du schon mal so ein bisschen das Wasser getestet und weißt jetzt überhaupt ob du dich traust in das Wasser reinzuspringen oder nicht ja und das wird kommen also ich bin überzeugt davon wenn die Frau da ihren Willen kriegt die Frau Hopfen dann werden wir irgendwann mindestens mal den Superpokal da in Shanghai spielen den Supercup wenn es nicht sogar wirklich Playoffs gibt die andere Seite der Medaille ist aber ähm ich fände es gar nicht so unspannend wenn du sagst der Erste muss noch mal ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten machen oder so ein Entscheidungshin- und Rückspiel also klar Tabelle ist das ehrlichste Medium von allen das stimmt aber der Wettbewerb an sich ist ja total unehrlich geworden weil die Bayern einfach komplett enteilt sind ja gut aber 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 pass auf jetzt stell dir mal vor du du bist der Verein der irgendwie also tatsächlich es gibt ja in einigen Sportarten Eishockey Football Basketball gibt es gibt es ja Playoffs ist auch alles okay aber stell dir mal vor du du spielst die Bayern spielst die Saison gewinnen 34 von 34 Spielen und haben dann weil also die meisten Playoff-Modi sind ja nicht ein Do-or-Die-Spiel sondern ein Best-of-Three also du musst mindestens von drei Spielen musst du mindestens zwei gewinnen oder Best-of-Five du musst mindestens drei Spiele gewinnen also das sehe ich einfach nicht ich würde wenn erster gegen zweiter hin und rück zweiter hat Rückspiel zu Hause Punkt das können wir noch vorstellen aber was soll das denn bringen in einem Spiel kannst immer hoffen dass Dortmund mal gegen Bayern gewinnt in 34 halt nicht Ja wir versuchen doch jetzt einfach diesen toten Gaul weiter zu reiten mit einer neuen Idee dass das noch ein paar Jahre länger geritten werden kann also wie der Marco das gesagt hat die Playoffs die es sonst so gibt vor allem im amerikanischen Bereich die gibt es halt in einem vitalen Wettbewerb in einem Wettbewerb der funktioniert deswegen macht man dann quasi so Playoffs die allerdings wieder einigermaßen gerecht sind weil man einigermaßen häufig gegeneinander spielt und nicht einmal hier die Münze wirft und sagt Mensch heute ist mal irgendwie Dortmund weiter und deutscher Meister und mal nicht die Bayern Was man jetzt versucht mit dieser Playoff Idee ist doch einfach zu sagen Bayern wird jetzt in diesem Jahr zum zehnten Mal hintereinander deutscher Meister das gab es noch nie es gibt keinen sportlichen Wettbewerb mehr und jetzt versucht man natürlich irgendwie neue Würze reinzubekommen weil man die wirklich heißen Eisen will man ja nicht anfassen heiße Eisen wären neue Verteilung der Fernsehgelder vielleicht auch mal ganz ehrlich mal zu sagen vielleicht sollten wir die Fernsehgelder auch mal nach Einschaltquoten verteilen dann hätten wir vielleicht auch mal wieder Vereine in der ersten Bundesliga die auch wirklich jemanden interessieren so aber an das wirklich heiße Eisen will man nicht ran also kommt man mit solchen Ideen mit denen man von den wirklichen Problemen ablenken will und dann überlegen die sich ja nicht wirkliche Playoffs erster bis sechzehenter oder erster bis achter sondern im Grunde um erster bis vierter da werden wir keine neue Spannung bekommen weil da spielen ja schon seit Jahren eigentlich eh die ewig gleichen vier Dortmund Bayern die Pillen und ihr Fuschel am See und dann spielen die jetzt auch noch Playoffs und dann wird vielleicht einmal in acht Fällen wird man Bayern nicht deutscher Meister und dann können die anderen sich freuen aber dem Rest der Liga bringt es doch überhaupt gar nichts was da passiert also das Problem ist doch dass überhaupt kein sportlicher Wettbewerb ist wir haben gerade über Superbowl gesprochen die beiden Clubs die da heute gegeneinander spielen heute Nacht die haben jetzt die letzten zehn Jahren glaube ich in wieder jemand anders der da gewinnt oder zumindest im Finale steht das ist doch viel spannender als dieser Wettbewerb mit dem wir hier zu tun haben aber auch da gab es diese Winning Streak der Patriots auch die haben das eine Zeit lang wegdominiert und die haben diesen Playoff Modus die spielen ja in zwei Conference Leagues und die Gewinner spielen den Superbowl gegeneinander ja aber das ist ein ganz anderes also du kannst den Sport also jetzt meine ich nicht irgendwie Eishockey in Deutschland mit Fußball in Deutschland vergleichen sondern du kannst das amerikanische System nicht mit einem Profisport der Bundesliga vergleichen das sind ist ja ein ganz anderes Konstrukt die Vereine sind ganz andere Konstrukte das ist eine geschlossene ist ja erstens das es gibt da das sind ja geschlossene Gesellschaften diese 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 NFL NBA NHL sind Konstrukte die klar vorgegeben sind da gibt es eine Cap Salary da darf der Verein maximal Summe X für Spieler Gehälter ausgeben und auch da sind Spieler Gehälter nach oben gedeckelt da kannst du ein bisschen schricksen indem du andere Jahre anders bezahlst aber du kannst du hast eine klare Vorgabe du hast keinen Auf und Abstieg du hast wie du schon hast das sind keine Vereine die draften sich ihre Spieler aus anderen Ligen aus dem College aus sonst wo das ist nicht mit Fußball Bundesliga zu vergleichen und jeder der glaubt man kann einen Punkt davon adaptieren und das da rein ziehen das mag alles sein aber wenn du das machen willst dann mach es richtig wir machen die erste Bundesliga zu 20 Vereine klatsch wenn du das machen willst dann musst es genauso machen wie die dann sind die Spieler nicht Angestellte des Vereins dann sind die Spieler Angestellte der DFL und die Vereine kriegen die von der DFL zur Verfügung gestellt nach einem Draft System dann musst du aber auch fairerweise sagen 20 Vereine 10 davon spielen Bundesliga Nord die anderen 10 davon spielen Bundesliga Süd und am Ende spielt der erste Nord gegen den Süd ein Du oder Dei Spiel weil nur deshalb eine Auswärtstorregel oder so einen Scheiß hast du gewinnst oder nicht Punkt ich finde es immer wieder faszinierend dass ein Land wie die USA dessen größte Angst der Kommunismus ist oder sogar der Sozialismus teilweise dass die so ein total kommunistisches Sportsystem haben wo es komplett um Fairness geht und das alles durchreguliert ist und überhaupt nichts vom Markt geregelt wird während wir die wir in unserer Wirtschaft sehr großen Wert darauf legen dass keine Flieger haben das ist total faszinierend dass es in beiden Ländern komplett einmal rumgeflippt ist also komplett konterintuitiv gegenüber dem Gesamtholding aber wenn wir uns nicht trauen Fußball anders zu denken wird sich der Fußball auch nicht ändern so jetzt weiß ich dass Fußball ein sehr sehr konservativer Sport ist mit sehr vielen konservativen alten weißen Männern die schon daran verzweifeln wenn man sagt wir oder die schon daran verzweifeln wenn man nur sagt es soll eine netto Spielzeit geben und nicht immer dieses rumgewälze von Neymar über 5 Minuten da was da nicht nachgespielt wird allein solche kleinen soften Reformen kriegst dem Fußball ja schon kaum durch guckt dir diese ganzen wirklich nicht enden wollen Diskussionen über den VRR an wo teilweise auch um Schiedsrichter Entscheidungen jetzt dem VRR angelastet werden und so ein Scheiß funktioniert nicht deswegen wirst du auch Fußball nicht auf einer großen Ebene radikal neu denken können da ist der Fußball nicht gemacht für und deswegen musst du zwei Sachen in Kauf nehmen entweder es bleibt für immer so wie es ist oder die Bayern machen in nächster Zeit so viele Fehler dass sie so durchgereicht werden weil sie sich auf Gedeih und Verderb Bratzo verschrieben haben der dann Florian Kohfeldt als neuen Trainer holt oder so was das kann wenn Glück hast noch passieren aber solange Hoeneß lebt wird das nicht passieren und wahrscheinlich Rummenigge auch und deswegen wird das für die nächsten zehn Jahre wieder neunmal den Meister Bayern geben und wenn Pechers ist der nächste der dazwischen stößt dann nicht Dortmund und nicht Bochum und nicht Köln sondern halt Fuschtel am See oder Golfsburg und das kann auch keiner wollen das Problem ist doch die Verzahnung der Wettbewerbe das haben die Amis ja auch nicht da spielt ja jetzt nicht irgendwie der Footballmeister dann noch irgendwie in der Weltliga des Football so wie wir hier dann und das ist das einzige Argument immer von Bayern München ja wenn wir jetzt hier die Fernsehgelder gerechter verteilen dann werden wir nie wieder die Champions League gewinnen weil man da natürlich in einem Wettbewerb auf Clubs trifft die aus einer ganz anderen Welt kommen die aus Ligen kommen wo es kein 50 plus eins gibt wo es Investoren gibt und und so weiter und so fort und man da als Bayern München halt den Anspruch hat man will da ewig auch mitspielen und eine Chance auf den Titel haben wenn die Bundesliga so ein Closed Job wäre könnte es auch einen Aufstieg und Abstieg noch weiterhin geben aber es gäbe nichts nach oben nichts europäisches wo man auch noch Ambitionen hat und sich mit Vereinen messen will die aus ganz anderen Sphären kommen dann könnte man das viel gerechter in der Bundesliga verteilen und ich finde das muss der Anspruch sein dass die Fernsehgelder gerechter verteilt werden entweder jeder kriegt das gleiche oder nach Einschalt Quoten damit auch mal ein bisschen die Fans beziehungsweise die Vereine einen Vorteil bekommen die auch wirklich eine Fanbase haben dass das zumindest so einen Wettbewerbsvorteil auch mal darstellt aber so wie das jetzt läuft wird das in diesem einfach immer Bayern München wird deutscher Meister wird das immer so bleiben wie finden die Idee ist man sagt der Erste muss noch mal gegen den zweiten spielen Zweiter hat Rück Heimspiel Recht im Rückspiel dann hättest zumindest ein Spiel wo es um alles geht im ausverkauften Westfalen Stadion dann nach Corona aber das ändert doch nicht die Liga aber was ändert das die Liga das ist doch das sind zwei Spiele mehr die für den Rest Fußball Deutschlands irrelevant sind würdest du es gucken nein würdest nicht gucken wenn Bayern in Dortmund dran muss ganz ehrlich ich gucke ich gucke in dieser Bundesliga nur Spiele meines Vereins ich gucke so weit ist das jetzt schon und noch mal ob jetzt Bayern oder Dortmund Meister interessiert mich so wenig natürlich das ist doch eigentlich keine Diskussion wer von beiden da Meister werden sollte oder warum ist das eine Konstrukt besser als das andere ja natürlich ne sehe ich nicht doch finde ich aber also da finde ich sind Welten inzwischen also ich finde bei Dortmund gibt es auch wenige Sympathen in der Führungsebene das ist doch meins egal darum geht es doch nicht weiß ich nicht also wenn du also wenn ich mir das jetzt aussuchen dürfte würde ich mir tendenziell jetzt würde ich mir jetzt wahrscheinlich nach einer Zeit eher mal Dortmund als Meister wünschen als die Bayern aber ob jetzt Dortmund oder Bayern Meister wird ist mir so scheißegal ich finde da liegen Welten inzwischen alleine was die Menschen interessiert Bayern Fan bist du doch so oh die gewinnen und ich will gerne gewinnen Dortmund bist du doch auch als wenn die absteigen bleibst du Dortmund Fan wenn die Bayern absteigen sind die alle weg dann sitzen da noch so ein paar Ultras Diehards aber bei Dortmund kommen auch in der zweiten Liga 80.000 weiß ich nicht glaube die Bayern würden aber in der zweiten Liga auch das Stadion Volk nach vier Jahren nicht mehr wenn die jetzt den HSV machen würden ich glaube auch so tief in der DNA des ganzen Ruhrgebiets das habe ich bei Schalke auch gedacht also tatsächlich jetzt bei Schalke muss ja Corona mit reinrechnen stell dir vor dass wir jetzt keine solchen ne 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 also jetzt nicht Corona also tatsächlich merkst du dass die die Fans nach so einer bei den Schalkern ging das ja tatsächlich es war ja ein schleichender Tod und ich glaube halt einfach dass irgendwann man an den Punkt kommt wo man sagt es reicht es reicht mir jetzt einfach ich gehe nicht jedes Spiel dahin und wenn das halt dann nicht nur 5000 sondern 25.000 machen wirst du dann mal den Hans Günther haben oder den Carsten der mal sagt ach komm so zwei Spiele gucke ich mir in der Saison aber an wir sind doch auch immer ausverkauft in der zweiten Liga Lautern war jetzt ausverkauft gegen Magdeburg okay nur 10.000 wegen Corona aber die waren ausverkauft du glaubst ja nicht dass 10.000 in der dritten Liga zu Bayern gehen würden ich weiß nicht ich glaube die haben also ich glaube dass man auch da die Fanbase wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob man der Fanbase in Dortmund ich glaube auch dass größer ist und stärker ist aber ich weiß nicht ich kann das in München nicht einschätzen dafür bin ich da auch vielleicht zu weit weg vielleicht interessiert mich das auch zu wenig also tatsächlich ob bei den Bayern ausverkauft oder nicht ist oder in China fällt ein Sack reiß oder was auch immer interessiert mich nicht also nochmal mich klar möchte ich eine verhältnismäßig ausgeglichene Bundesliga haben die wirst du doch aber nicht durch eine fucking Playoff Spiel erinnern die Bundesliga nicht die Bundesliga bleibt die gleiche doch du hast plötzlich wieder ein Fight um Platz 2 jetzt ist ja scheißegal wer zweiter wird ob Leverkusen zweiter oder dritter aber ob Leverkusen oder Dortmund gegen die Bayern spielt ist mir doch auch scheißegal dir aber doch nicht auf einer neutralen Position aber also wenn wenn man Playoffs macht dann müssen das mehr als nur vier sein da bin nicht gegen dann spielt der Sechste in den Playoffs ja aber dann spielen jedes Jahr Bayern gegen Leipzig und Dortmund gegen Leverkusen dann sprechen wir nämlich in drei Jahren also das ist die ersten drei Jahre interessant und irgendwann sagst du dir ach die Playoffs das ist so als wenn wir jetzt davor sprechen ach die Champions League quasi ich bin auch für die ersten vier ich bin auch für erster gegen zweiter ja weißt du wie behindert wer das denn hallo das Wort behindert benutzen wir bitte nicht als Beleidigung wie scheiße wäre das denn aber warum das ist doch das einzige was interessiert das ist doch schon der Supercup den haben wir doch schon das ist vor der Saison wenn die alle noch in so einem Vorbereitungstrainingslager Saufmodus sind ich sehe nicht wie dadurch die Bundesliga Qualität gewinnt die Bundesliga als Gesamtkonstrukt nicht aber du hast zumindest kannst du diese Vorherrschaft der Bayern vielleicht mal in zwei Jahren von acht brechen und dann sind sie zumindest halt nicht zehnmal also achtmal in acht Jahren Meister geworden aber ob die jetzt achtmal oder zehnmal Meister werden oder sechsmal da ist das ist doch nur da hat sich da hat dann irgendwer anders muss ich auf dem Briefbogen was stehen und in der Regel ist es einer der Vereine es ist ja in der Regel es ist ja selten dass Freiburg Frankfurt Mainz oder Bielefeld zweiter geworden sind jetzt sind doch immer die gleichen Verdächtigen und die sind da nicht weil das so ein ausgeglichener Wettbewerb ist sondern weil da Kohle fließt ohne Ende das ist in Dortmund nicht anders als bei Bayern oder Leverkusen oder Wolfsburg oder Leipzig Nimm Schalke in der Saison 2017 18 hätte Schalke einen Meisterschaftsplay aufbekommen das hätte doch Leute interessiert der hätte doch der ganze Rotkart gebrannt die wären für ihre geile Saison noch belohnt worden hätten die Chance bekommen dann in ihrer ausverkauften Feldins Arena mit weiß ich nicht wie vielen verrückten Fans aber was ist denn der was also wenn da nur der Meister ausgespielt wird in zwei Spielen dann hast du wieder so eine blöde Auswärtstorregel oder ne die musst du weglassen aber die auch gegen Auswärtstorregel aber ich sehe nicht also ich sehe tatsächlich ja du hast wahrscheinlich also so wie das ist so wie Relegation also tatsächlich sind die einzigen Spiele die ich mir angucke mit Nicht-FC Beteiligung Relegationsspiele wie mich da tatsächlich aber auch nur wenn da ein Verein dabei ist den ich entweder Brenn sehen will oder den ich hochkommen sehen will ja gut das ist meistens der Fall eins von beiden also das ist tatsächlich so das ist doch tatsächlich so du guckst dir doch keine Relegation an wenn da weiß ich nicht wenn da Bielefeld gegen Heidenheim spielt guckt man sich doch nicht an du guckst dir doch du guckst dir doch da lieber an wenn da Bremen gegen Hannover spielt oder Hamburg oder wen auch immer ich gebe dir zu ich gucke sogar ich gucke sogar die dritte auf zweite Delegation also ich bin jetzt glaube ich nicht der der Maßstab ich gucke mir dann da auch Ingolstadt gegen weiß gar nicht wer es war an Magdeburg oder keine Ahnung wer es war habe ich schon vergessen ja ist auch glaube ich egal wir werden da keinen Konsens finden am geilsten für die Spannung fände ich wirklich du hättest Bundesliga Nord und Süd und ein Superbowl am Ende dann hättest du nämlich in eine Liga von den beiden wo die Bayern nicht mitspielen würden wenn du dann noch Bayern und Dortmund in derselben Liga hättest also nicht Nord-Süd sondern irgendwie weiß ich nicht keine Ahnung irgendeine andere Aufteilung der Liga hättest du ja einen Strang wo immer ein anderer auf jeden Fall in diesen Superbowl reinkommen würde und da wäre schon Spannung aber für diese Spannung also ich sage jetzt mal Vorsicht selbst wenn du sagst das ist die Aufteilung Südwest und Nordost und du hast Bayern und Dortmund in einer Gruppe dann spiele in der anderen na gut das wäre dann jetzt schwierig wenn man wieder aufgeteilt wird Leipzig und Wolfsburg und wenn du dann zehnmal hintereinander hast dass Wolfsburg oder Leipzig gegen Bayern oder Dortmund spielen dann sagst du dir auch immer nach zehn Jahren aber also du diese amerikanischen dieser amerikanische Sport ist deshalb so interessant weil das halt tatsächlich vorkommen kann dass jedes Jahr andere Vereine spielen weil die das gleiche Geld haben die haben jeder Summe X und können die ausgeben na klar kannst du dann wenn du gute Trades machst oder gut draftest und du dir so ein junges Team aufbaust und das auf Jahre hinweg dominierst das kann passieren aber das ist ja was anderes als wenn jedes Jahr in der Fernsehverteilung Verein X Drittel mehr bekommt als Verein Y oder Drittel ist ja das Doppelte oder Dreifache in der Regel auch da ist ja nicht alles perfekt also auch die haben ja das Problem dass ja der Schlechteste zuerst draften darf das heißt es gibt Mannschaften wenn die merken es geht nichts mehr verlieren die mit Absicht die Spiele um Schlechtester zu werden um zuerst den Draft zu bekommen von irgendwelchen College-Talenten oder so und das natürlich auch Wettbewerbsverzerrung ist weil dadurch kommen dann manchmal Mannschaften Superbowl die das Glück haben auf diesen chaoten Verein da zu treffen der schon abgeschenkt hat ist ja ein closed system ein closed shop also die können nicht absteigen deswegen wenn sie slacken also das ist auch nicht ohne Probleme dieses System vielleicht kann man es auch mal ganz radikal denken und sagen du machst eine Bundesliga reich gegen eine Bundesliga arm da kommt zumindest immer ein armer FC Köln gleichwertiger Verein in die Playoffs und kann in einem Spiel einfach mal zeigen ob er die Bayern besiegen kann oder nicht so wie Bochum gestern da machst du halt so Klassenkampf draus weißt du Big Brother House reich gegen Big Brother House aber das werden die ja nicht machen natürlich nicht weiß ich ist mir schon bewusst ich hab doch gesagt das ist eine alte weiße Männer gerade ja also deswegen ist diese dieser nochmal das ist wie der Bastian vorhin schon richtig sagte das ist die Kuh nochmal nochmal ein bisschen mehr melken irgendwie da nochmal zwei Spiele sich raus lungern oder x Spiele mehr raus lungern aber aber Attraktivität oder Gleichheit oder Fairness mehr wird es dadurch nicht geben da kommen wir nicht zusammen ich würde dieses Spiel auf jeden Fall gucken wenn ich mir jetzt halt nicht Bayern gegen Gladbach angucke ja aber du guckst dir ein Spiel halt mehr in der Saison an ja klar aber das Spiel da würde ich auch sogar tatsächlich involviert sein in dieses Spiel ich würde es nicht nur so nebenbei gucken ich würde das aktiv und bewusst gucken und hätte da auch eine Meinung zu von wenn ich mir wünsche dass der gewinnt oder halt nicht gewinnt oder so vielleicht nicht bei jeder Konstellation also jetzt bei Wolfsburg gegen Leipzig ne scheiß der Hund die Wand an genau klar aber wie auch kommt das vor deshalb sag ich ja wie auch kommt das vor ja aber ich glaube halt dass die Bundesliga dadurch nicht an Attraktivität gewinnt das sag ich auch nicht ich sag nur aber warum machst du das dann damit Bayern nicht immer Meister wird habe ich jetzt zehnmal gesagt ja aber das kann ja nicht der also das ist die DFL hat ja irgendeine Idee dahinter dass die sagt wir führen die Playoffs also wir möchten die Playoffs einführen ja gut die wollen halt TV Gelder einkassieren ja genau hast du ja auch also das hättest du dadurch ja auch das Spiel kannst du ja wirklich auf der ganzen Welt dann vermarkten ja aber wenn wenn die Verteilung dann so stattfindet wie bisher stattfindet dann kriegt klar hat's wieder der ja ist schon richtig ne also dann kannst du kannst du da hinter den Haken machen und sagen ja okay dann kriegt derjenige nochmal zehn Prozent mehr und dann zementiert sich das dann auf Dauer auch wieder ein also ja ich war halt nur als würde mein Guck-Erlebnis steigern mehr habe ich überhaupt nie gesagt ja okay ja gut aber wer sich Relegation dritte zwei Dinger anguckt ja weil es halt ein Du oder Dei Spiel ist ich habe die Saison ich habe die Mannschaft die ganze Saison nicht gesehen die da spielen also ich kann dir nicht mal sagen wie der Trainer von Ingolstadt Wahrscheinlichkeit in dem Moment heißt aber es geht halt um alles oder nix also gucke ich das dann zumindest halt also ich sitze erst nicht mit einem Fanhütchen vor dem Bildschirm und feier irgendwie den Gegner von Ingolstadt das jetzt auch nicht aber ich las es halt laufen ja Wahnsinn ich habe sogar Ingolstadt gegen 1860 geschaut was das vorentscheidende Spiel für die Relegation war ja ja da geht es halt um was es war halt erster gegen zweiter und ne alles oder nix okay ja ich sag nichts ich sag nichts ist ja auch nicht verboten ein Fußballspiel zu gucken also wir sind hier ein Fußballpodcast mein Freund nein nein sehr gut sehr gut aber ja ja gut ich meine ich fand die Diskrepanz zwischen ich gucke nur Spiele meines Vereins zu ich habe dann Ingolstadt gegen 1860 geguckt ja in der dritten Liga muss man fairerweise das sagen ja klar ich gucke ja auch Spiele vom HSV also ich bin da sehr sehr merkbefreit was das angeht sehr schmerzbefreit jetzt haben wir den Basti hier glaube ich sehr niedergelabert mit unserer Diskussion Basti möchtest du noch irgendwas reinwerfen in die Runde zu den Playoffs habt ihr alles gesagt also dann gehe ich davon aus dass du heute dann auch die das in den Superbowl guckst weil es ja du oder die dann ja das ist leider sehr spät nachts und ich muss ja um sechs zur Arbeit also wird schwer wir sollten sie zu europäisch gefälligen Zeiten machen dann gucke ich es vielleicht aber leider tun sie das ja nicht es hat nicht zu Zeiten von 1860 gegen Ingolstadt ja aber ich gucke jetzt ja auch nicht in Basketball Endspiele oder so einen Scheiß da geht es eben auf die Sportarten nicht ich gucke auch nicht Olympia sind auch Dordai Spiele aber halt nicht mein Sport also ich habe keinen Bezug zu irgendeiner olympischen Disziplin außer vielleicht Fußball ich würde das gucken wenn das schneller zu Ende wäre aber es ist ja echt so ein 6 Stunden Event wenn du Pech hast oder so 4 Stunden ja im Minimum und dann sitzt du da bis nachts um 4.30 und von den 4 Stunden ist die Netto-Spielzeit wahrscheinlich wie lange spielen die 45 Minuten oder was pro Halbzeit ich weiß es nicht und der Rest ist halt Unterbrechung Pause Flag Timeout und Werbung da habe ich keine Freude dran ehrlich gesagt vielleicht gucke ich das letzte wenn ich morgen frei hätte würde ich vielleicht das letzte Quarter gucken wenn ich nicht schlafen kann und nachts sehe dass es knapp ist dann vielleicht ich gucke es auch nicht guckst du es Basti äh ich glaube du müsste jetzt nochmal 2 Stunden vor schlafen irgendwie das ist halt wirklich die Uhrzeit killt mich an am Sonntag ich bin halt Arbeitnehmer also wäre ich jetzt freischaffend oder so wäre es eine andere Geschichte oder irgendwie Homeoffice oder sowas aber bin ich leider nicht so vielleicht bin ich freischaffend wenn ich mir das Geld aus der Saisonwette einverleibe und es nicht an die Tafeln bezahle denn da ist ganz ordentlich was zusammengekommen um mal hier meine elegante Überleitung zum nächsten Segment anzubringen wir reden über die Saisonwette was heißt wir reden darüber wir reden da gar nicht drüber wir nennen einfach nur den aktuellen Betrag Marco deine Disziplin wer hat denn alles unter U21 gespielt unter U21 haben gespielt also unsere Thielmann Thielmann Ötschan und Luca Kilian in der Stadtformation und reingekommen sind noch Ostrak und Lämperle also 5 5 Euro und jetzt kommt nämlich das Highlight was die Saisonwette angeht und zwar könnte ich auch nicht all daran erinnern dass vor einiger Zeit da war mal der Dirk Carsten der Ed Professor Günther auf Twitter zu Gast bei uns hier und der hat ein sehr nettes Angebot gemacht was wir nicht ausschlagen können der hat nämlich gesagt wenn wir gegen Leipzig gegen die Dosen gewinnen dann schmeißt er 100 Euro in den Pott so ne stimmt gar nicht wenn wenn Andersson gegen Leipzig treffen würde dann hätte er 100 Euro in den Topf geschmissen jetzt hat Andersson leider nicht gegen Leipzig getroffen trotzdem sagt der Professor Dr. Günther die Tafel kann ja nichts dafür die 100 Euro übernehme ich gerne trotzdem ist das geil oder ist das geil ist das nicht geil sehr sehr geil das ist sehr cool also deswegen können wir jetzt einfach mal den ganzen Pott der Saisonwette hier plus 100 Euro nehmen das ist Wahnsinn das ist einfach mal ein Drittel oben drauf quasi und dann sind wir bei ich muss gerade rechnen 373 Euro 50 373 Euro auch Fan des FC er möchte bei den zu Null Spielen gibt er 5 Euro dazu und hat er geschrieben na sicher hatte ich auch noch nicht noch die gelben Karten vom Baumgart dazu da habe ich gedacht so steht hier nicht bei mir habe ich aber direkt verpflichtet habe gesagt aber selbstverständlich habe ich mir aufgenommen ok also lass mal gucken wir haben zu Null gespielt gegen Freiburg zweimal und gegen Stuttgart ne ja zweimal 5 Euro sind das nochmal vergessen wir keinen gerade das wäre jetzt ärgerlich nö ne Pokal Pokal zählt auch haben wir im Pokal zu Null gespielt ja gegen Stuttgart erneut ja dann dreimal dreimal zu Null also nochmal 15 Euro oben drauf ne genau so das muss ich mal aufschreiben Thomas Hiette plus 15 und die gelben Karten für Baum hier auch noch verdoppeln ja ja genau wie viel hat der Mann denn gesehen ich meine zwei oder eine also eine auf jeden Fall habe ich hier schon gefunden äh zwei am sechsten Spieltag und ähm 15. Spieltag ja also nochmal 50 ne 50 Euro ja genau dann kommt von Thomas Hiette 65 Euro nochmal oben drauf wow oh Gott und jetzt äh enden meine Kopfrechenfähigkeiten ich habe hier kein Excel-Cheat sondern ein Word-Dokument äh das muss ich meinen Taschenrechner bemühen 373,50 Euro plus 65 Euro von Thomas Hiette sind 438,50 Euro stabil und es sind ja immer noch 12 Spieltage zu spielen da kommt noch was das ist schon das ist glaube ich schon mehr als wir letztes Jahr hatten oder ich glaube ja das ist mehr als wir in zwei Saisons zusammen hatten wahrscheinlich schätze ich mal also wenn Sie sich noch Wegparten finden wollen ähm also ist ja nicht für uns geht ja alles an die Tafel Köln also wir wollen es ja nicht privat bereichern insofern ist das ja mehr ein äh ja eine gute Tat sozusagen und äh es sieht jetzt aus als wenn die Frauen den Klasseninhalt schaffen könnten das gäbe ja auch nochmal 50 Euro oben drauf stimmt's ja ja also apropos Wettparte da würde ich mich gleich noch anbieten wollen äh jedes Tor von Lämperle 10 Euro er hat ja schon zwei geschossen ja die sollen auch mitzählen die zählen mit klar sehr schön dann wollen wir mal gucken wie oft der Baum ihn noch bringt so Sparrenricht an Steffen Baumgart Lämperle bringen oder Lämperle da sind wir jetzt bei 448 Euro 50 ja ist so geil das ist schon sehr sehr schäppig ja müssen wir nur alles hier auf dem Schirm halten wer wann wie wo welches Geld also bitte auch selber alle ein bisschen mitarbeiten liebe Hörerinnen und Hörer dass ihr das ja alle mit dran denkt äh sonst kommen wir hier wahrscheinlich komplett durcheinander und hier nicht vergessen da fehlen immer noch die plus 50 Prozent die der Tom hinterher drauf schmeißen will ja stimmt also sind wir schon eher bei 600 irgendwas 660 round out geil ja das ist schon sehr sehr gut ordentlich genau wenn ihr jetzt noch sagt okay neben der Saisonwelle die natürlich auch einen guten Zweck zugutekommen soll möchte ich aber auch noch den Jungs von trotzdem hier was Gutes tun weil sie sich gerade hier fast die Köpfe eingeschlagen haben über die Playoff Diskussion äh auch für den Erhalt von Wärmepflastern wahrscheinlich für den Erwerb von Wärmepflastern dann könnt ihr gerne auch Geld an uns spenden und nicht nur an die Tafeln das könnt ihr wie folgt tun dafür geht ihr bitte auf www.trotzdemhier.de slash spenden und dann findet ihr dort alle Infos wie man uns per Paypal oder Coffee unterstützen kann ja und da freuen wir uns auch über alles was da kommt sei nochmal stellvertretend der Hörer C.S. erwähnt ich habe keine Erlaubnis seinen vollen Namen zu nennen ich habe auch nicht danach gefragt deswegen der uns für jeden Punkt des 1. FC Köln immer 1 Euro rüberschießt alleine beispielsweise aber wir können uns nochmal bedanken bei L.F. bei M.M. bei B.W. A.E. S.K. und so weiter vielen Dank an euch alle besonders S.K. hat 19,48 Euro gespendet also geben Dank so sieht es aus du weißt wer gemeint ist glaube ich liebe Grüße und lass nur wieder von dir hören gib mal ein Lebenszeichen S.K. du weißt wer gemeint ist okay ich glaube das war es genau also und wer wie Sebastian auch mal Teil dieser Sendung sein möchte meldet sich am besten direkt bei mir per Twitter at Ruhrpott unterstrich Hennes oder bei uns bei trotzdem hier oder per E-Mail oder per Fax per Brieftaube wie auch immer schreibt mir und dann werden wir meistens einen Weg finden wie wir das zusammen machen bis jetzt glaube ich noch jeden Unterkrieg der Interesse bekundet hat meistens ja nicht dass Uli Hoeneß uns jetzt einen Fax schickt guten Tag wir haben hier den FC Bayern rund gemacht ich muss mit in der Rede ich muss gerade sagen ich habe also ich habe tatsächlich Fax kann man glaube ich nicht empfangen das wüsste ich nicht könnte mein Arbeitgeber Faxnummer angeben aber lieber nicht das muss keiner wissen wo ich arbeite das wäre schlecht für mich ja gut dann bleibt uns glaube ich nur noch die feierliche Verabschiedung lieber Bastian vielen Dank dass du da gewesen bist und du bist herzlich gerne wieder eingeladen beim nächsten Mal halt die Stellung da in Leipzig halt die FC Flagge auch im Feindesland hoch und bis zum nächsten Mal ja dankeschön und lieber Marco auf Twitter der at Ruhrpott Tennis ja gerne wieder angeregte Diskussionen mit dir beim nächsten Mal ja über was hatten wir Playoffs beim letzten Mal beim nächsten Mal wird es dann was weiß ich TV Geldverteilung ja ich glaube da sind wir wahrscheinlich nicht so weit aus alles Geld für den FC Punkt so sieht's aus genau ja ok mein Name ist Dennis ich bin auf Twitter der at KY Lennep ja schaltet gerne nächste Woche wieder ein dann haben wir wahrscheinlich 3-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt gewonnen und werden das dann hier gründlich nachbesprechen und mit euch auf das Spiel danach gegen ich glaube Greuther Fürth vorausschauen bis dahin bleibt uns gewogen bleibt gesund bleibt munter und lasst uns wissen wie der Superbowl gelaufen ist macht es gut tschüss tschüss tschau Denn wir sind trotzdem hier